Ja, jetzt müsste es laufen, wie ich immer so schön sage. Jetzt läuft es. Ganz kurz vorne, ich erzähle es den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ich halte mich jetzt nicht auf, sondern wir steigen jetzt gleich in das Wort ein. Es ist also so, dass wenn man sich mit Holofeeling beschäftigt, Holofeeling überragt alles an Wissen, an Philosophie, an Weisheit, was du deiner Menschheitsgeschichte zusprichst, das ist jetzt keine Arroganz, sondern das ist das, was ist, weil ich dir mit Holofeeling mit 100% Genauigkeit beweise, dass du in einer Matrix lebst, das hast du in einem Computerprogramm. Diese vielen Filme einer jetzt ausgedachten Vergangenheit, die du eventuell kennst oder nicht kennst, den Film Matrix, The 13th Floor, Inceptions, all das ganze Zeug, weist drauf, hinter ist irgendwas, ist irgendwie ganz anders. Und man muss eigentlich zuerst einmal verstanden haben, was man selbst ist. Das ist bei Holofeeling, sage ich, du hast in dem jetzigen Leben, das du Geist durchlebst, in Form von ständig wechselnden Bildern, hast du nur zuerst zu lernen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Du bist immer und deine Gedanken sind, Gedanken werden, die sich in dir befinden, das sind deine Informationen, die in dir auftauchen und wieder in dich reinfallen, von Augenblick zu Augenblick. Und ich starte jetzt dann gleich einmal in der Sprache ein. Man braucht Grundlagen von Holofeeling. Das heißt, wenn du in der deutschen Sprache schreiben und lesen können willst, dann musst du Deutsch lernen und du musst schreiben und lesen lernen. Das heißt, zuerst muss ich die Sprache lernen und dann muss ich noch lesen und schreiben in Form von Zeichen lernen. Dasselbe gilt für Rechnen. Und du wirst dich nicht geistig weiterentwickeln können, wenn du diese Grundlage nicht verstanden hast. Das heißt, du musst was vollkommen Neues lernen, was dir deine Schulen, deine Religionen nicht bieten, weil das alles raumseitliches Geschwätz ist. Und das ist das Geheimnis, das Schöpfungsgeheimnis der Sprache. Dieses im Anfang war das Wort. Alles, was geworden ist, ist Wort. Und ich erzähle dir jetzt etwas. Und das ist das große Prinzip, dass jeder Buchstabe auch eine Zahl ist und ein Symbol ist. Und da gibt es einen arithmetischen Zusammenhang, der übrigens über alle Religionen und alle Sprachsysteme deiner Welt geht. Und das ist holophilisch. Das ist jetzt das Vorwort. Ich habe das jetzt in 2 Minuten 30 geschafft. Steige jetzt sofort ein. Und ich will nur darauf hinweisen, wenn du die Grundlagen nicht hast, du könntest mir jetzt auch ohne die Grundlagen folgen, wenn nicht ein ständig in deinem Hintergrund von dir selbst gesprochenes hier arbeitet, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit. Oder ein vollkommenes Desinteresse in dir auftaucht. Wenn du jetzt dich zu einer Tabula rasa magst, zu einem neugierigen Gotteskind, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, der Zauber liegt in der Neugier, dann wirst du mir folgen können, auch wenn ich jetzt hebräische Zeichen öffentlich anblicke. Das musst du alles nicht verstehen, weil ich eigentlich alles erkläre. Du musst nur aufpassen, was ich jetzt im Moment erkläre. Du musst dir das auch nicht merken. Aber du wirst merken, dass das Spannende ist, wie jeder Film, wie jede Geschichte, die du bisher in irgendeinem Buch gelesen hast, wenn du verstehst, wie du selbst funktionierst. Und dazu übertrage ich jetzt nochmal den Pitcher. Ich mache das am Mithon, falls wir irgendwas einschauen. Das ist aber zwar nicht vorgegeben. Da springe ich jetzt Zest einmal hier rein. Zwar fangen wir als allererstes an. Das ist jetzt Azilut. Das schreibe ich jetzt hier gleich einmal hier hin. Das ist jetzt praktisch, wenn man das das erste Mal hört. Unser Gematrie-Explorer ist extrem hilfreich. Das ist das erste Mal einfach ein hebräisch-deutsch-Wörterbuch. In einer einfachen Form, das jetzt noch etwas erweitert ist. Und das ist das hebräische Wort Olam. Das ist das hebräische Wort für Ewigkeit und für Welt. Heißt auch ewig. Und was hier interessant ist, und ich spreche jetzt gleich immer von der Prüflebene, denken wir uns jetzt, du denkst dir jetzt erst einmal dich selbst aus, wenn du an dich denkst. Du sitzt jetzt vor dem Computer und was du gerade gesehen hast, waren zwei Pixelmännchen. Das eine Pixelmännchen dann mal Redo und das andere Pixelmännchen dann mal Udo. Das sind jetzt aber alles Informationen, die nur existieren, wenn du das denkst. Und wir haben jetzt hier immer die deutschen Wörter, die Ewigkeit und die Welt. Da gibt es dann viele Übersetzungen dazu. Für all die Holo-Filling-Hasen ist das klar. Und in der klassischen Kabbalah, und die kann ich nicht erklären, weil das ein Riesenwerk ist, gibt es jetzt also vier verschiedene Welten. Das ist also hier, die Olam-Asia ist die Welt des Duens, des Handelns. Das kommt von Esse. So spricht man das normalerweise ja der Asa aus. Das ist die Welt, wo man was tut. Dann ist die Welt des Erschaffens. Da ist es schon interessant. Da haben wir diese Zirr-Wurzel. Zirr ist der Drehung-Langepunkt. Zirr ist zu fahren werden. Dann haben wir die Welt der Schöpfung. Dann beginnt es hier mit Baria. Barra heißt schöpfen, erschaffen. Und jetzt kommt die Olam-Azilut. Und da ist es so, da habe ich das Olam jetzt rot geschrieben, weil das sind normal Welten, die Welt des Duens, die Welt des Erschaffens. Und das ist jetzt hier mit Kosmos übersetzt. Das ist eigentlich die Ewigkeit, an der hier Zell ist der Schatten. Das heißt, Zellut heißt eigentlich Schatten. Das ist eine Ewigkeit, in der Schatten auftaucht. Ich nenne das auch gern Gedankenwelten. Die Geburt von Licht. Und wieso ich jetzt da drauf einsteige, ganz kurz, dass wir natürlich jetzt die Möglichkeit haben, dass es im Hebräischen viele andere Wörter noch, etliche Wörter gibt, die auch noch Ewigkeit hassen. Das kann man jetzt hier anklicken, wenn ich jetzt da draufgehe. Und dann, ich tausche das nur hier an. Und dann machen wir hier, wo ist mir der jetzt reingesprungen? So, und jetzt habe ich hier als deutsches Wort die Ewigkeit eingegeben. Und du wirst jetzt merken, da haben wir jetzt nochmal ein Wort. Das ist add. Das heißt jetzt eigentlich die Quelle, die geschlossen ist. Das heißt auch Ewigkeit, in Ewigkeit ist auch der Drohensitz, der Zeuge, der Zeuge bis Ewigkeit kann man das übersetzen. Ich weise jetzt das nur drauf hin, da will ich nicht so viel erklären. Dann haben wir Netzach. Das ist praktisch hier eine vom Sefirotbaum, eine Sefirah. Das heißt auch Ewigkeit. Dann haben wir nochmal ein Olom. Zu dem komme ich jetzt gleich. Darum zeige ich das nämlich. Das ist jetzt die Kurzform hier von unseren, von Olom. Da schiebt sich nur das Waff rein. Okay. Und dasselbe Spiel kann man natürlich auch mit der Welt machen, dass man hier mal schaut, welche Wörter heißen zusätzlich auch noch Welt. Das Diesseits, die Vergänglichkeit. Es gibt ja hier ein Diesseits und ein Jenseits. Dann haben wir dann nochmal hier die Natur. Die heißt jetzt in Unterform bloß Welt. Natur ist das, was aufspringt, was eine Form nimmt, was auch wieder untergeht. Ein Form geben, das taucht auf und verschwindet. Dann haben wir den Weltenkreis, den Diebel. Das wäre jetzt jedes dieser Worte wert, dass man sich intensiv damit beschäftigt. Aber ich rede jetzt von unendlich viel Wissen. Und darum sage ich, die vorschnellen, einseitigen Meinungen, die der normale Mensch nachäfft, die er aus Medien und Persien kennt, machen mich so unendlich geistlos. Und ich führe jetzt in diesem Gespräch dich einmal zurück auf das Wesentliche, dass ich jetzt nochmal bewusst chronologisch gedacht, wenn wir uns jetzt eine Vergangenheit ausdenken, baut es hier und jetzt Informationen hin und auf, die immer hier und jetzt in uns selbst sind. Egal, gleichgültig, wo wir uns was räumlich oder zeitlich, wir meine ich jetzt wie ihr Geist, räumlich oder zeitlich uns wohin denken. Es muss hier und jetzt eine Information in uns selbst sein, sonst können wir es nicht sehen. Genau. Und was du erlebst, du erlebst immer, immer, nur deine eigenen Informationen, die von dir selbst erschaffen werden, und erschaffen wirst du etwas in dem Moment, wo du was denkst. Jetzt haben wir natürlich noch die Spitz zwischen den Reizauslösern und zwischen einer Reaktion. Und darum ist dieses Cut, das ich immer in den Selbstgesprächen erwähne, ist wichtig. Das heißt nicht, ich will das nicht mehr sehen, sondern das ist das Zeichen. Ich mache mir jetzt bewusst, was jetzt im Moment da ist. Und dann sagst du, okay, ich sitze jetzt vor dem Monitor und ich höre einen Lautsprecher zu und ich habe hier Schriftzeichen, die übrigens jetzt, diese Worte sind alle gleichzeitig auf dem Monitor. Und sobald du aus diesen Worten gedanklich Geräusche magst, dass du zum Lesen anfängst, wirst du feststellen, du kannst jedes Wort bloß jetzt aussprechen. Du formst damit zwangsläufig deine Informationen. Und jetzt bringe ich einen Satz, der sehr, sehr wichtig ist, den du dich selber, darum sage ich in einer Ich-Form, das wiederhole ich immer wieder, dass du dich einmal fragst, verdammt nochmal, was ist da für eine Macht in mir drin, die mich ständig vergessen lässt, dass in dem Augenblick, wo ich an irgendetwas denke, denke, dass durch dieses Denken in mir eine Information entsteht, die ich erschaffe, egal was ich denke. Und die wird es ohne mich gar nicht geben werden. Und dieses einfache Beispiel, das ich immer und immer wiederhole auf den Selbstgesprächen, dass ich jetzt, ich rede in einer Ich-Form, wenn ich jetzt an einen Osterhausen denke, den kann ich mir jetzt bildlich in meinem Kopf vorstellen, ich kann den in einer rote Zipptelmitze aufsetzen, ich kann mir auch ein Massenmännchen, in ein grünes oder ein blaues Massenmännchen denken, ist mir vollkommen klar, dass ich diese Kreaturen, ich erschaffe die und die sind hier und jetzt meine Information. Und wenn ich die nicht mehr denke, sind sie weg. Aber wie sieht es aus, wenn ich jetzt an eine Erdkugel denke, an eine heliozykrische Welt bin, das ist kein Unterschied. Das heißt, aufgrund meines Intellekts, meines Wissens, das ist das Programm, erschaffe ich in mir Vorstellungen, die ich mir ausdenke oder einen Budin oder Politiker, die entstehen in dem Augenblick hier und jetzt als Information in mir, wenn ich die denke und die werden genauso sein, wie ich sie denke. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn ich sie nicht mehr denke, lösen sie sich wieder auf. Das gilt sogar für meinen eigenen Körper. Das heißt, ich bin immer derselbe Geist. Und was ich erlebe, sind meine Gedankenwählen. Und wir schauen uns das jetzt einmal an. Und zwar geht es mir hier um das Olam. Ich wollte hier nur in diese Azilut, Olam, Azilut, dieses Wort selber, kann man selber mal anklicken. Das ist jetzt das hebräische Wort. Und das heißt, die Verbindung in das Gelenk, wird es im Althebräischen übersetzt, von der Izagluria Akademie. Wir haben also hier, zuerst einmal, Zell ist der Schatten. Wir können das Azel, das ist, das unten ist eigentlich nur das Rot-Blau lesen, ist eigentlich schon wichtig. Der Aleph ist der Schöpfer und Blau gelesen ist es die Schöpfung. Du kannst jeden Buchstaben, mit jedem Buchstaben eigentlich austauschen. und dieses Azil, das ist jetzt hier neben teilhaben lassen. Der Schatten ist immer neben dir. Das heißt, wenn du deinen Schatten wirfst und du schaust deinen Schatten an, der Schatten symbolisiert jetzt mehr oder weniger alles, was du dir ausdeckst. Das sind Schattenwürfe. Ich sage mal, du bist dein Projektor, das ist mein klassisches Beispiel. Du geist, bist die Lampe im Projektor und das, was du siehst, sind die Schatten, die auf die Leinwand geworfen werden. Und diese Schatten, die brauchen aber ein Projektionstier, ein Display. Das ist mein Tier positiv, Tier negativ. Das ist eine ganz, ganz grobe Metapher. Und darum ist es, hier hast du auch in dem Kreuz die Schattenseite, die beschattete Fläche. Das reicht aber als Vorwort. Das Einzige, was mir jetzt wichtig ist, und jetzt komme ich zu Insidern, selbst wenn du jetzt Holofeeling studierst, ich behaupte jetzt einmal, dass ich meinem Redo, der hier diese ganzen Einträge macht, der hier zig, zehntausende von Einträgen in diesen Gematrixplorer gemacht hat aus Wetterbüchern, dass ich jetzt Ihnen einen kleinen Hinweis gebe, die Ihnen total verblüffen wird. Pass auf, fällt dir da was auf, wenn wir dieses Wort nehmen, wir können ja das Waffe rausschmeißen, ne? Dann haben wir Olam. Die Grundradix davon ist jetzt, sagst du mal wieder die Ewigkeit, das ist verborgen, das ist verborgen, das ist einer verhüllt. Und das ist jetzt ein junger Mann, der sich einhüllt. Das ist ein träumender Geist, der in seine Traumwelt eingehüllt ist und im selben Moment ist er natürlich ein Sklave. Und jetzt wird dieser Mensch, nenn den einfach mal ich, denk an dich jetzt, du bist, du Geist bist als Geistesfunk, dieser junge Mann, der eingehüllt ist in seine Traumwelt oder in einen Körper, der dich jetzt einhüllt und der verschwindet wieder, wenn du ihn nicht denkst. Ja. Um ihn zu denken, muss man jetzt wissen, dass die Grundradix das erste Mal dieses All ist und dieses All alleine heißt ja etwas hochheben, das obere, das HWH in dem J-HWH, ich spanne mir die Finger so auf, das ist die Gedankenwelle, die du aufschmeißt und das ist das Joch. Joch haben wir reich nicht erklärt, mache ich jetzt auch nicht. Wir wollen wirklich tiefer gehen. Und das M-N heißt ja dann Ihr Joch. Das M als Besitzer zeigen, das führt in Bezug auf Geistesfunk. Und das Joch ist zwangsläufig, hier 70-30 gibt 100, das ist unser Koff, unsere Affinität. Ja. Gut, das haben wir verstanden. Wir können jetzt natürlich doch ein Waff dazwischen machen und ein J, das Spiel habe ich auch, ich will bloß unser O-Lam. Dann kriegst du den Jochbogen. Jetzt kriegst du schon, dass das Joch eigentlich, die Welle eigentlich eine Halbkugel, die zwei Quadratflächen sind in unserer Ecke. Okay. Und jetzt kommt das Verrückte, was ich dir zeigen wollte. Ich bleibe da nochmal. Dazu musst du nämlich wissen, ich bleibe mal bei dem Wort, bei dem O-Lam. Ist dir schon mal aufgefallen? Wir haben doch Sodom und Gomorra zur Zeit. Okay. Und jetzt ist die Eigenart, dass die 70 auch als G ausgesprochen wird. Ja. Was heißt das dann? Der Golem. Dann war das der Golem. Und jetzt kriegst du hier den Golem. Das ist praktisch eine Bubbe, wo ich sage, das bist du, dein Körper zur Zeit ist ein Golem. Wir können das O natürlich auch rausschmeißen, der Golem. Wer kennt nicht aus dem Herr der Ringe? Ja. Und jetzt kriegst du den Golem und jetzt kriegst du hier ein Einhild. Du bist, du Geist, bist jetzt eingehild in dieser Form des Golems. Mhm. Du wirst zu einer Wahrnehmungseinheit, darum ist ja Wahrnehmung, ist ja die Emmet in der Geschichte von dem Golem. Ja. Auf der Stirn. Auf der Stirn hatte das Wort Emmet. Das heißt übrigens auch, ich bin tot. Ja. Das ist die Wahrheit, die Wahrnehmung, die du machst und den kann man nicht stoppen und dann wird das Aleph, die Schöpferkraft herausgenommen und dann bleibt nur noch die gestaltgewordene Erscheinung. Der ist schon oft drauf eingegangen. Das mache ich jetzt als kleines Vorwort und jetzt springe ich, weil ich will zum Meister Eggert. Wir schauen uns das einmal genau an. Das ist also hier, diese Welt Azilut und die müssen wir jetzt einmal übersetzen. Das ist nämlich eine englisch geschriebene Seite. Ich habe jetzt nur automatisch übersetzt, das nennt man hier, diese Welt ist die Welt der Emanentation. Jetzt haben wir hier schon die Nation heißt die Geburt und M haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können das mit der 70 und dann eine 1 vorne schreiben. Wenn wir das mit der 70 schreiben, dann wäre das das Volk, das du dir ausdenkst. Ja. Das Kriegsvolk, wir sind ja in Sodom und Gomorra. Das ist das Golem und hier das Gomorra. Da wird vorne das Gomorra, wird zwar mit G ausgesprochen, ist aber auch eine 70. Das ist das Kriegsvolk. Das sind übrigens auch deine Stammesgenossen, deine ganze Veranschaft, wenn du mal in die Tiefe gehst, wie die in sich selber zerstrichen sind. Ich mache immer gern so die christlichen Sekten und die Gemeinden, wenn die, die ich mir jetzt ausdenke, die natürlich nur ein Gedanke in meinem Kopf sind, weil ich sie denke und wenn ich sie nicht mehr denke, sind sie weg. Das muss installiert sein. Wenn ich jetzt diese Informationen beobachte, als träumender Geist, kann ich ja meine Informationen beobachten und ich kann mir nicht raussuchen, was ich träume. Dann wird dir bewusst, wie diese guten Menschen, egal in welchen Bereich du jetzt reingehst, ob das Politik ist, ob das Religionen sind, wie unendlich viele Feindbilder die postulieren und die sind ihnen gar nicht bewusst und umso mehr einer glaubt, er hat Recht, umso mehr ist alles, was nicht seiner Meinung ist, was Böses. Genau. Das ist die Selbstentheiligung, er hat mit wirklichen Christen, um nicht das Geringste zu tun. Und wir haben jetzt zweite Möglichkeit hier, das mit einer Eins zu schreiben und dann kriegst du natürlich die Mutter und die Mutter symbolisiert ja unsere Logik, Mäder, Mäderes, Matrix. Und da kommen diese Worte her. Worum es mir jetzt geht, es sind immer die Nationen, die aus dir selbst entspringen und jetzt kommt was ganz Wichtiges, weil jetzt zeige ich die Holofeeling in Reihenform. Azilut ist das Reich der reinen Göttlichkeit. Da sind wir schon in Reih, unseren Spiegel, in dem zwei Existenzen sind. N und N. Die vier Welten der Kabale beziehen sich hauptsächlich auf zwei Arten auf dem Baum des Lebens. Erstens wird gelehrt, dass der gesamte Baum in jedem der vier Welten enthalten ist. Das ist die rote Vier und auf diese Weise werden sie übereinander und in symbolischer Form durch ein Diagramm namens Jakobsleiter beschrieben. Diese Jakobsleiter, das findest du in dem Wort Blut. Zuerst einmal müssen wir wissen, dass unser Adam, dieser Gottmensch, das Gotteskind, du bist ein Adam, dass das Rot, Rotsein hast und das Wort beginnt ja hier mit einem Aleph wieder, das ist der Schöpfer und mit dem Damm, und dieses Damm heißt Blut. Und wenn wir das jetzt hebrei sehen, haben wir zwei Möglichkeiten. Ich sage normalerweise, wir machen das erste Mal B als Vorsilbe und dieses Lut mit einer Spiegelung, das heißt also, polares Licht ist eine aufgespannte Spiegelung, dann kriegst du hier die Eige, eine Bedeckung, eine Verhüllung, das ist übrigens, wird man Lott, spricht man Lok aus und das heißt, B-Lott heißt, in einer Hülle stecken. Ich bin immer noch beim Thema, wenn du sehr aufmerksam aufpasst, ich bin beim Thema, wir können das aber hinten auch mit einem DAF schreiben. Was passiert dann? Dann kriegst du das Klimakterium. Ah ja, genau. Dieses Klimakterium, das heißt jetzt verwelken, verwelkt sein, das ist die Wechseljahre der Frau, das kommt von Klimakter, das ist eine Stufenleiter. Ich war bei der Jakobsleiter, der Hinweisleiter. Das sind diese raumzeitigen Spiegelungen, UF ist auch UP. Das ist, diese Himmelsleiter ist diese Klimakterium. Du musst jetzt, der Mann kriegt auch den Wechsel, Frau U, ist ja die Wechseljahre, jetzt muss ich nur wissen, dass das Wort Ja im Hebräischen, unser berühmtes Shinone, dass dieses Wort Ja, dasselbe Wort heißt auch schlafen, sich ändern, anders sein, lernen, es nochmal tun, wiederholen, verschieden sein. Ich erweiß immer noch das Wort, wenn man sagt, es ist einer gestorben, der ist tot, dann ist er verschieden, der ist verschieden, das ist, wenn du über den Jordan gegangen bist. Ich spreche die Sachen nur an, da gibt es reichlich Selbstgespräche und da ist auch gespiegelt wieder das Eben mit drin. Ich will auf diese Spiegelungen immer wieder hinweisen, dass es nichts gibt, was du als gut definierst, was man auch nicht böse definieren kann und umgekehrt. Ich habe hier vorhergehendes Selbstgespräch, ist dieses Selbstgespräch, sorry, da habe ich jetzt übrigens in der Abspeichung den Titel gegeben, ein bewusster Mensen. Dieser bewusste Mensen, wenn man dies, kannst du ja her suchen hier oben, dieses Selbstgespräch, diese Stelle, wo ich zeige, dass ein angeblicher Massenmörder, den wir uns jetzt ausdenken, den wir ja nur aus Medien und Börsen, aus Büchern kennen, aus einer Geschichte kennen, die wir aus das Internet herausholen können, dass der hochbewusst ist, ich lasse es mal ganz kurz nochmal laufen, unheimliche Weisheit, wir können ja da ganz kurz nochmal reinspringen, den Don haben wir aufgebaut, hören wir genau zu. Eine letzte Frage, Charlie, haben Sie jemals etwas bereut? Ja, dass ich in meinem Leben so dumm gewesen bin. Ich brauchte zu lange, um ein paar Dinge zu begreifen, die in meinem Kopf herumschwirrten. Sehr interessant, ne? Du wirst jetzt feststellen, jeder Moment, den dir auftaucht, erklär dir alles über dein Leben, wenn du aufhörst, alles einseitig auszulegen und zu filtern. Es geht um diese Einseitigkeit. Jetzt hast du natürlich Überschneidung, einmal die Lautsprecher und nochmal der Lautsprecherstimme. Das ist Weisheit. Das lasse ich gut sein und jetzt spiele ich dieser Massenmörder, wenn man den jetzt ordentlich erklärt, das ist absolut pure Weisheit. Sitzt übrigens hier im Gefängnis. Und jetzt mache ich das, was man so den liebenden Jesus nennt, Jesusfilm, Jesus am Morgen, der die Geldwechslung zum Tempel rauschmiss. Im Vorhof des Tempels sah er die Händler, die dort Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Bitte achte auf die Physiognomie. Jetzt denkst du dir wieder einen Schauspieler aus. Nein, das sind alles Konstrukte. Das Einzige, was existiert, ist deine jetzige Information. Das heißt, du hast jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir einen sinnlich wahrgenommenen Monitor, der jetzt aber deine sinnlich wahrgenommene Information ist und so weiter und so weiter und dann führt er sich natürlich auf wie ein Berserker, wenn wir das weiterlaufen lassen. Das ist dieses Video, kannst du eventuell auch hersuchen. Das sind vorhergehende Videos. So, und wir machen jetzt einmal hier weiter und dazu müssen wir, kleinen Moment, dass ich das wieder finde, das Acelot und jetzt kommt hier das große Problem. Die Ursprünge, das Wort Acel, Hesigel 42,6. Ich habe eigentlich ursprünglich vorgehabt, dass wir uns hier den ganzen Kapitel 42 genauer anschauen auf Hebräisch, aber ich reduziere das, weil sonst müssten wir sehr in hebräische Wörter reingehen. Es wird in jeder Kleinigkeit, wie in einem, die Metapher des Hologramms, ist in jeder Facette die komplette Geschichte deines Lebens drin, bloß extrem unendlich komprimiert und zwar in einem absolut arithmetischen Sinne. Ich sage, alles, was ich dir mit Holophilien erkläre, ist hundertprozentig sicher. Das gilt nicht für alles, was dir religiöse Menschen erklären, was die Naturwissenschaftler erklären, was die Ärzte erklären, weil du kannst das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Du kannst zwar das verwirklichen, was du glaubst, das ist jetzt ein Widerspruch, was ich jetzt sage. Alles, was du glaubst, kannst du auch verwirklichen, realisieren. Du kannst sinnlich wahrgenommene Informationen in dir aufbauen und du kannst Gedanken in dir aufbauen. Das Problem ist, es ist irgendwas in dir drin, das dir einredet, dass du mit dem, was du jetzt denkst, was du in dir erschaffst, nichts zu tun hast. Erinnere dich wieder, jetzt denk an ein Osterhaus. Da ist dir vollkommen klar, dass du den jetzt erschaffst und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er weg. Aber jetzt sage ich, jetzt denk an eine Erdkugel. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Die erschaffst du genauso in dir und wenn du die nicht mehr denkst, ist auch die Erdkugel wieder weg. Wenn du das einmal verstanden hast, ist dieser ganze Umweltschutz und die Natur sowieso vom Tisch, weil du was retten willst, was man gar nicht retten kann. Wie definierst du retten? Retten definierst du mit deiner jetzigen Logik möglichst lange am Leben erhalten und am Leben erhalten heißt, dass es unabhängig von dir da außen existiert. Und du wirst jetzt feststellen, dass alles, was du überhaupt überprüfen kannst, muss eine Information von dir sein und es ist ein hundertprozentig sicheres Faktum, eine Tatsache, dass eine Information in dir nur so lange besteht, solange du das denkst oder solange du das sinnlich wahrnimmst, das heißt, solange du das anschaust oder solange du das hörst. Wenn es keine Information ist, existiert es auch nicht mehr. Und wenn du das nicht akzeptierst, wirst du leiden, das ist in alle Ewigkeit. Aber nur, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Wenn wir jetzt von Menschen reden, das Wort Menschen löst jetzt in dir wieder eine Vorstellung aus, irgendwelche Trockennasenaffen, die angeblich auf einer Erdkugel sich befinden, die sich um die Sonne herumdreht. Das ist übrigens jetzt alles erst in dem Moment entstanden, wo ich diese Worte ausgesprochen habe. Die Erdkugel genauso wie die Sonne. Und diese Menschenaffen auf diese Erdkugel, die wieder weg sind, wenn du sie nicht denkst. Das ist der Weg ins Himmelreich. Das kannst du jetzt gehen, ich mache dir die Tür auf oder ich schließe sie wieder. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt mal dieser Widerspruch in sich selber. Die Emacinationslehre, also die ist das, etwas aus diesem M herausgeboren, aus dieser Mutter, aus der Matrix herausgeboren wird. Wenn ich jetzt Emma als Matrix übersetze, die als freier Willens, an Gottes gedacht ist, sucht die Schwierigkeit zu überwinden, die die Schöpfungsgedanken in ihrem Verhältnis zu Gott anhaften. Das Problem ist, du wirst irgendwann nochmal feststellen, es gibt nur einen allereinzigen Gott in deiner Welt und das bist du selbst. In deiner Welt. Jetzt sind wir, deine Welt ist die Ewigkeit. Ich bin immer noch bei dem Wohlam. Du musst diese Sprünge mitgehen und da musst du geistig beweglich werden. Aber jetzt pass auf, jetzt machen wir es ganz einfach, so kompliziert es im ersten Moment klingt, du wirst irgendwann nochmal eine Heureka kriegen und dann wird dir das klar, was ich in ganz vielen Beispielen beschreibe. Der Schöpfungsakt beinhaltet eine Veränderung, eine ständige Veränderung eines vollkommen unveränderlichen Wesens Gottes. So eine Form der Knäte. Was ist das? Eine ständige Veränderung von etwas, was sich selber nicht verändert. Mein simples Holofilling-Beispiel sind die 200 Gramm rote Knie. Genau. Es ist der träumende Geist und in der Physik ist es das E-Quadrat in der Einstein-Fahrung. Ja, genau. Tausendmal erkläre ich eine Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Das heißt, diese Energie ist ein nicht denkbares Nichts und alles gleichzeitig. Es ist nichts in Bezug auf sich selbst und alles, was als Form in diesem Nichts auftaucht. Das heißt, wenn ich jetzt Gnäte nehme, nochmal ganz billig für einen Steiger und ich mache hier ein kleines Pferd raus, dann mache ich eine Tasse draus, dann mache ich einen Teller draus, schau das kleine Bild an. Ändert sich an dieser Gnäte nicht das Geringste, es verändert sich nur die Peripherie, die ausgedachte Form drumherum. Nichts anderes ist, deine Informationen, in dir verändert sich nur das, was du dir ausdenkst, was du dir vorstellst, was du dir räumlich oder zeitlich irgendwo hindenkst, was aber immer hier und jetzt in dir selbst eine Information ist. Das ist der erste Satz. Das kriegst du, wenn du Theologie studierst, kriegst du solche Zeugen oder Kabbalah studierst, kriegst du das nicht mit. Es ist unbegreiflich, wie das absolut, ich mache ab AB1, Zweigschirm ist ja der Vorder. Das heißt übrigens dann als Av ausgesprochen auch aufblühen. Das ist das dann mal hier ganz einfach, auch Geist hier übertragenerweise ist es schlichtweg und einfach, das heißt dann mal der Vorder, das Hebräische, der ABBA und dasselbe wird es dann auch eine Blüte, wir haben wieder das Blut, die Himmelsleitung in einer Hülle steckt. Der Erste steckt in einer Hülle. Der Erste, ich sage, ich bin der Erste, der Erste in einer Hülle, das ist eine Traumwelt und das heißt dann natürlich auch ein Aufblühen, ein Aufknospen als Av, dann wird das B hin mit als Waff ausgesprochen. Das ist die eine Möglichkeit des Vorders, ab und wir können jetzt das genau anders schreiben, wenn wir das für Engel, Engelisch schreiben, dann machen wir einfach UB und dann kriegst du die 86 und das bin ich. Ich natürlich ist nicht jetzt der Gedanke, den du dir denkst, sondern an Udo Petscher und dann kommen wir in die Physik, dann wird das Physik, dann wird das extrem komplex. Pyramidenwert übrigens 92, 92 ZB heißt Test Udo. Und das sind diese vielen kleinen Beweise, wo ich bringe ohne Ende, ich bin der, der ich bin, ich öffne dir die Tür und ich behaupte jetzt erst einmal, dass ich du bin. Okay, das ist jetzt das Azelut, das ist unbegreiflich, wie das absolut unendliche und vollkommene Wesen, das ist der rote IHUB, solche unvollkommenen und endlichen Wesen hervorbringen kann. Aber ich behaupte, dass ich du bin und die unvollkommenen endlichen Wesen, das ist alles, was du an Kreaturen dir ausdenkst, ob das jetzt Affen sind, ob das Vögel sind, egal, jede Art von Erscheinung ist unvollkommen, weil es nur eine kleine Facette vom Heiligen Ganzen ist, das herausgespiegelt wird. So wie wenn ich jetzt ein Wort nehme aus einem Buch oder ein Buch aus einem Bücherregal oder ein Bücherregal aus einer Bibliothek. Das ist unser Kollektionssystem und jetzt kommt als drittes, das ist also nochmal erster Punkt, du musst verstehen, dass ein unveränderliches Wesen, dass du selbst bist als Gotteskind, in sich eine ständige Veränderung beinhaltet. Das sind deine ständig wechselnden Informationen. Und dass dieses vollkommene Wesen unvollkommene Sachen sich ausdeckt, weil es immer nur Facetten sind von ihm selbst, das heißt, Holophilien heißt das Gefühl, alles zu sein, jeden Gedanken, den du denkst, ist ein kleines, winziges Stückchen von unserer heiligen Ganzheit. Und jetzt drittens eine Kreatie, die ein Hilo schwer vorstellbar ist. Kann man durchaus machen, wenn ich die Worte genauer drauf eingehe und das habe ich überreichlich gemacht. So, den mache ich jetzt weg und jetzt springe ich in den Baruch Spinoza. Da muss man jetzt dieses Spinoza, jetzt geht natürlich das Spiel mit dem Laternis Hirn schon los, wir können jetzt dieses Baruch, wie es heißt, der Geist und die vier Weltgegenden, das ist unsere Detraeher-Spiegelstruktur, das heißt jetzt Bar, kann ich als BA lesen, dann heißt es das Kommen eines Geistes. ich kann natürlich auch hier das A als Fokal rausschmeißen, dann heißt es im Geist oder in den vier Weltgegenden, wobei dieser Baruch im Original hinten nicht mit einem CH geschrieben wird, sondern mit einem Kaff. Und dann kriegst du das niedergegen, das will ich jetzt aber nicht erklären, ich würde zu dem Meister Eggert, was mir hier wichtig ist, dass man die Behauptung von dem und zur Geschichte dieser Märchenfigur, die wir uns jetzt denken, nochmal, es hat niemals, es hat niemals in der Vergangenheit irgendein Wesen oder irgendetwas existiert und es ist auch in der Vergangenheit nichts passiert. Du musst das dann mal verstehen, dass du Geist, alles was du erlebst, erlebst du hier und jetzt. Egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, es ist hier und jetzt, es ist ein Faktum, eine Tatsache, es entsteht, weil du das jetzt denkst, das ist die Tatsache. Und nicht, dass das, was du jetzt denkst, unabhängig von dir, irgendwo anders, räumlich oder zeitlich, dort war oder ist, wo du dir das jetzt hindenkst. Das kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Darum sage ich, Holofilling arbeitet nur mit hundertprozentig sicheren Fakten. Und jetzt ist es also so, dass diese Spinoza, natürlich, wir können da ganz, ganz kurz, dass jedes Wort, jedes einzelne Wort, übrigens in jeder Sprache der Welt mit diesem System, jetzt kommst du in die höher gelegene Fläche, das heißt, im Geist ist eine HWH, erweckte, gelegene Wellerfläche, das ist dann, in Ruhe heißt, da gibt es keine Bewegung in dieser Höhe und das ist ein kahler Hügel. HGL wiederum heißt wie eine Welle, wenn man das separatisiert. Wir wissen das. Und das ist der Normalzustand, ist die Neuline. Das ist die Welle, wo praktisch hier unser Wellenberg und unser Wellenberg sich aufspannen. Okay? Der Spinoza, das wird jetzt hier genau nämlich erklärt, worum es mir jetzt geht, was ich dir zeigen will, die Geschichte ist eine Märchenfigur, immer, auch Hitler, alles sind Märchenfiguren. Selbst deine Eltern, egal was du denkst, du erschaffst diese Figuren hier und jetzt in deinem Kopf aufgrund von Wissen. Wohlgemerkt, in deinem roten Kopf, weil dein blauer Kopf von deinem Trockennasen auf dem Körper ja auch erst entsteht, wenn du an den denkst. Ja. Gut, jetzt pass auf, ganz kurz, in ganz wenigen Worten, du kannst dich da reinlesen, wenn du willst, das ist also hier ein Jude, Amsterdam und der wurde hier ein Bandspruch, der hochinteressant ist, wenn man den nochmal durchliest, wie der verketzert wurde, er hat es gewagt, er hat selber gedacht, jüdisch erzogen, kabbalistisch erzogen und das erste, was er kritisiert hat mit 23 Jahren sind die ganzen Traditionen der jüdischen Kultur, Namen sind jetzt austauschbar in Bezug auf Religionen, du musst die Tradition, in der du groß geworden bist, in deinen Schwamminhalt, gleichgültig, ob du jetzt ein Hindu bist, die sagen, ich darf kein Rindfleisch essen, ob du ein Berser bist, ich sage, ich darf kein Schweinefleisch essen, ob du hier die Tevelin Gebetsrinien anlegst, diese ganzen koscheres Essen nur isst, Gott isst alles, Akkoll, das ist das hebräische Wort für Essen, Lateinisch esse ist sein, Gott isst alles, das ist übrigens absolut perfektes hebräische Wort für Essen, damit zuerst einmal das Wort Koll, die ganze Zeit, die Gesamtheit, das Ganze und Akkoll ist das hebräische Wort für Essen, jetzt wenn ich aber weiß, dass die Vorsorge als Zuffix gelesen im Perfekt heißt, ich esse alles, ich bin alles, esse ist Lateinisch sein, ich bin alles, das ist Holophilie. Ja. Dass er hier, wie gesagt, die Traditionen angegriffen hat und jetzt kommt das Allerschlimmste, was es überhaupt gibt, der hat behauptet, Gott existiert nicht. Jetzt ist aber das Verrückte, ein Gott, den ich mir ausdenke, der existete, der aus mir heraus traustet und den ich mir jetzt in den Himmel hochdenke zum Beispiel, dieser existierende Gott ist ein Geschöpf von mir selber, weil ich den in mir erschaffe durch mein Denken. Ja. Das ist die Erkenntnis von diesem Spinoza. Er sagt, dass es Gott nicht gibt, das schauen wir uns jetzt an. Für ihn ist Gott eine singuläre Substanz. Mhm. Jetzt ist schon interessant, dieses Koditio sine qua non. Mhm. Sinn e Quadrat, Gull ist eine Welle. Der Gott ist eine singuläre Substanz. Das müssen wir rot machen, das findest du auch bei den jetzt ausgedachten deutschen Philosophen, bei Kant, dieses transzendentale Subjekt, das über allen Dingen entsteht und die Leute denken sich's dann doch aus. Jetzt pass auf und jetzt wirst du feststellen, dass hier dieselben Sätze stehen, bloß anders ausgedrückt, wie wir es gerade gehabt haben hier bei dem Azylut. Ja. Da heißt es hier, er hielt fest, Gott ist unendlich, substanziell in ihren Eigenschaften, konstante, einheitliche, ewige Substanz. Ein unveränderlich, ich nenne das 200 Gramm rohlich, nieder oder geisterotgeschrieben. Genau. Egal welche Form die Gnede annimmt, sie bleibt 200 Gramm rote Gnede, symbolisch gesprochen. Rot übrigens ist der Adam. Der Adam ist die Gnede und die Form der Gnede, die jetzt in dem Adam in Erscheinung, im Adam als Information in Erscheinung tritt, diese Necaba, seine Frau, ist die ständige Veränderung, die Oberfläche. Gott ist immer, der Geist ist immer derselbe Geist und seine Gedanken, wenn die Aussehen entspringen, oberflächliche Erscheinungen, die unterliegen einer ständigen Veränderung. Das ist wie Plus und Minus. Das kann man jetzt hier in dem Lateinischen, wer setzt wer, dass man die Übersetzungen, kann man nämlich sehr vielfältig machen, unter Gott verstehe ich einen ab. Wir haben wieder den Vorder, absolut unendliches Wesen, das heißt eine Substanz, rot gelesen, wohlgemerkt, rot. Bewusstsein ist eine verbundene Polarität, nur das Sub. Das ist die Grundgehe, der Geist wird zu einer Rundlage, die aus einer unendlichen Anzahl von Attributen besteht, ich nenne das unendlich viele Passelstücke, die zusammengesetzt eine Einheit ergeben, von denen jedes das ewige und unendliche Wesen ausdrückt. Ich könnte jetzt sagen, Gott ist das Internet, das ist eine absolute Einheit und jede Internetseite, die man aus dem Internet auf einem Monitor jetzt ausgedachter Weise in die Existenz heben, wird die aus dieser Datei nicht herausgenommen. Ja. Das ist meine Metapher. Ja. Es steckt hier in der ersten Proposition 1 bis 15 und jetzt Benutzer kombiniert das traditionelle Verständnis der Substanz als ein In-sich-Sein. Es ist immerhin deine Information, was natürlich die Vorsilbe in dem Lateinischen auch eine Verneinung ist. Ja. Weil in dem Mittelpunkt eigentlich alles ist, was nichts ist. Das muss man verstehen in dem Widerspruch. Wer hat sich ein Hilo? Mit der Festung, dass eine Substanz nur aus sich alleine begriffen werden könne, du kannst dich selbst nur aus dir selbst heraus verstehen. Ich habe den Kirchhoff ein kleines Vortrag über Karma, wo er hier sagt, wenn die Physik meint, sie könnte das Universum von außen heraus erforschen, das geht nicht. Du kannst es nur aus dir. Universum hast das in eins gekehrt. Du kannst es nur aus dir selbst heraus erforschen. Bei Holofeeling war das unendlich einfach. Du musst wissen, dass existere Heraustreten aus für dich nur in dir das existiert, was du dir ausdenkst. Ja. Du kannst auch von außen kein Wissen in dich hineinschaufeln, wenn du jetzt die Internetseite, jede Internetseite, die du aufmachst, kommt aus dir, wenn du träumst. Genau. Weil alles sich in diesem absoluten Zentrum befindet. Und jetzt kommt der nächste schöne Satz. Ich bleibe mal gleich in der Übersetzung. Unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist, in sich selbst ist und nur durch sich selbst begriffen werden kann. Mhm. Es ist in dir drin, dieser Geist, und er kann nur durch diesen Geist selbst immer, wenn ich von Geist rede, an was denkst du bei dem Wort Geist? Es ist wie wenn das Wort nichts denkst. Du denkst an was, was als Ding an sich gar nicht existieren kann. An was denkst du, wenn du Geist an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, du baust da Information in dir auf. Und wenn es bloß das Gedanke, das Geräusch Geist ist. Das ist aber schon eine Information und kein Geist. Wenn du das verstanden hast, nicht nur, dass es dir logisch erscheint, dass es jeden Moment in dir präsent ist, dass sich an dir selbst als ein Leben erlebender Geist, als wahrnehmender Geist nicht das Geringste verändert, wenn sich ständig deine Informationen verändern. Der, der schaut, der das erlebt, diesen Gestaltwechsel, verändert sich dabei nicht. Ich erkläre dir deine Ewigkeit, aber du wirst deine Ewigkeit erst verstehen, wenn du weißt, was du selbst bist und dazu ist es nötig, dass du weißt, du bist ein absolutes Nichts wie ich. Ich sage, du bist ich und ich bin du. Das heißt, das ist Begriff, um gebildet werden zu können, dem Begriff eines anderen Dings nicht bedarf. Das heißt, um dich selbst zu begreifen, musst du was verstehen, was ganz am Anfang ist. Ich sage immer der Erste, aber schon der Gedanke an den Ersten, wenn ich jetzt zum Beispiel der Erste denke, brauche ich schon eine Stille im Hintergrund, wo ich dieses Geräusch heraussehe. Ja. Gut. Das ist jetzt, den mache ich jetzt auch weg und jetzt springen wir hier zum Meister Eggert. Ganz vorneweg sage ich, die letzten jetzt chronologisch, symbolisch gedacht, stellst du dir eine Zeitspanne, eine Vergangenheit vor, die wir uns jetzt denken. Die letzten 200, 300 Jahre, wenn du zurückgehst, jetzt, du kannst dir die Bücher, die Internetseiten sind immer Jahreszahlen. Die kannst du immer nur jetzt aufmachen, immer nur jetzt anschauen. Alles, was existiert, kann im Meer nur hier und jetzt existieren. Dass die letzten 200, 300 Jahre diese Naturwissenschaft, diese wissenschaftliche Revolution hat zu einer vollkommenen Selbstentgeistigung geführt. Die Medizin hat komplett die Selbstheilungskräfte, dass du wieder alles in dich zurückholst, weil so viele Feindbilder gepredet werden. Du musst dich ja auseinanderreißen, die Oberfläche, eine Welle und die Kunst ist es, bei einer symmetrischen Welle wird was auseinandergerissen, was aber rein aritmetisch immer heil bleibt. Das ist mein Symbol dazu. Umso mehr ich am Balk aufhöfe, habe ich auch unten das gespiegelte Nichts. Und jetzt ist es also so, das ist diese, im Acker des Herrn, das ist, meist der Eckart selbst, wir schauen nochmal ganz kurz rein, jetzt geht es dann natürlich schon los. Wir haben unser Eck und das Hart von hoch heim, hoch ist UB. und Herr Jom ist das mehr. UB ist das mehr, dass hier diese Namen drinstecken, dass die hier schon die 126, die nun können wir wegmachen, anlachen, gestorben angeblich, das Geburtsdatum ist grob nur, 13, 8, 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 jeder dieser Namen führe dich in einen komplett anderen Bereich, was jetzt hier wichtig ist, der wurde ja angeklagt und das möchte ich jetzt mit dir anschauen, das ist diese Bulle, die veröffentlicht wurde und da geht es in dieser Bulle, das 26 von Eckarts Leersätzen, von den 28 Leersätzen, du wirst jetzt schon merken, wenn ich hier nochmal springe, 13, 8, 8, 20, wir haben auch 8, 8, 8, 20, in der Gesamtheit auf 4 Oktaven, 27, 0, 1, sage ich nur, wenn wir das samtieren, 8, 20, ist ein reines arithmetisches System, so wie ein Computer jetzt in einer extrem vereinfachten Form funktioniert, funktioniert es genau dasselbe Prinzip plus wesentlich komplexer, göttlich komplexer. dass hier die verketzert wurden und die schauen wir uns jetzt da mal an und zwar da nehmen wir uns jetzt die Zeit dazu und du wirst merken, dass ich behaupte, dass ich auch der Meister Eckart war, nicht nur der Christus und ich behaupte, dass ich du bin. Dass die 200 Gramm rote Gäte, das göttliche in dir mit alle Formen an, die Gäte selber bestimmt aber nicht, welche Form sie hat. Der Computer kannst du unendlich Seiten aufmachen, der Computer selber bestimmt das nicht, das Programm im Arbeitsspeicher bestimmt welche Seiten prinzipiell geöffnet werden können. Und dein Intellekt ist das Programm, das Bilder in dir aufschmeißt. Dieser Intellekt, dieser Schwamminheit, den du dir nicht raussuchen kannst. Wie gesagt, du lebst zur Zeit in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und das ist jetzt diese Bulle und das ist das Vorwort dazu, es ist jetzt hier auf dieser Seite der lateinische Text, wobei diese Sachen auch in Deutsch existieren, in Altdeutsch. und wir schauen uns das an, Übersetzung ist einigermaßen richtig, wie gesagt, man kann hier auch prinzipiell jedes einzelne Wort kann man 400 Zeilen ein Buch draus machen. Aber da geht es um die Kirche, diese unendliche Arroganz, das ist dieser Johannes, das ist Johannes der 22. hat es ja so viele Bischöfe gegeben, er hat es verfasst, denken wir uns jetzt aus, natürlich, wir schaffen jetzt den Johannes durch unser Denken und auch diesen Meister Eckert. Das ist so, wie wenn du jetzt sagst, du kannst dich jetzt als der Schulpunkt denken, aufgrund deiner Logik, die du zum Denken benutzt, machst du dich ja ganz klipp und klar fest, welcher dieser vielen Gedanken du bist, wir sagen mal, die Gedanken nehmen wir jetzt einfach mal Menschen, Menschheit. Das sind jetzt Körper, menschliche Körper und du sagst jetzt genau, wenn du an dich denkst, denkst du an den jetzigen Körper, du kannst dich aber auch als 20-Jährigen oder als 10-Jährigen denken, natürlich immer nur hier und jetzt, diese Formen können immer nur hier und jetzt in dir geist auftauchen, du träumst jetzt, aber du kannst auch Schulkameraden zum Beispiel dir jetzt denken, dann sagst du, du denkst einen Gedanken deinem besten Freund und du sagst du, das bin ich nicht und dann denkst du an dich selbst zu dieser Zeit, die du dir jetzt ausdenkst und du sagst, das bin ich und ich sag, du bist keins von beiden, du bist immer und das sind Informationen von dir, die du in dir aufbaust. Hundertprozentig sicher. Diese Aussage ist wieder hundertprozentig korrekt und richtig und jetzt lass uns das auf jeden Fall reden, ich tue das ein bisschen ironisch interpretieren und dann schauen wir uns wirklich einmal diese 28 Verse an und du wirst feststellen, das können von dem Udo sein, das ist ein reines Holofilling und jetzt ich behaupte, wahrlich, ich sage dir, eh ein Meister Eckhardt war, bin ich, eh ein Jesus, das bin ich und ich betone immer und eh ein Udo Petsch ist, den du dir jetzt ausdenkst, stehst du. Du als träumender Geist bist der Gott für die Welt, die du dir ausdenkst und die Figuren, die in dir auftauchen, können sich nicht raussuchen, dass sie von dir ausgedacht werden, hier und jetzt und dass die genauso sind, wie du sie dir denkst. Das gilt für einen Kanzler Scholz genauso wie für einen Putin oder einen Donald Trump oder für einen Superman oder eine Spinne oder ein Rumpelstützchen. Okay. Auf dem Acker des Herrn, dessen Hüte und Arbeiter wir nach himmlischer Verfügung, wenn auch unverdientermaßen sind, müssen wir die geistliche Pflege so wachsam und besonnen ausüben, dass wenn irgendwann ein Feind auf ihm über den Samen der Wahrheit Unkräuter aussäht, sie im Entstehen ersticken werden, bevor sie zu Spösslingen verderblicher Keimens aufwachsen, damit, nachdem der Same der Laster abgedötet und die Dornen der Örtümer herausgerissen sind, die Saat der katholischen Wahrheit wieder fröhlich aufgehen kann. Die Saat der katholischen Wahrheit. Das ist schon mal der Witz der Welt. Für wahr mit Schmerz tun wir kund, dass in dieser Zeit einer aus deutschen Landen Eckhardt mit Namen und wie es heißt, ein Doktor und Professor der Heiligen Schrift aus dem Orden der Predigerbrüder mehr wissen wollte, als nötig war und nicht entsprechend der Besonnenheit und nach der Richtschnur des Glaubens, ich könnte jetzt einfügen, der heiligen katholischen Kirche, weil er sein Ohr von der Wahrheit abkehrte, der Wahrheit der heilig-katholischen Kirche und sich Erdichtungen zuwandte. Ob das Erdichtungen sind, wollen wir jetzt gleich feststellen. Das ist jetzt das Prinzip selbe wie mit was Spinnatze. Er sagt plötzlich hier, unsere ganzen jüdischen Traditionen sind Hirnwichserei. Er hat selber zum Denken angefangen. Das Tödlichste, was es gibt für einen Menschen in einer Sekte, in einer Partei, ist, dass er selber zum Denken anfängt und nicht nur nachäfft. Das machen aber all deine Professoren, das sind alles nur nachäffende Affen. Und mit dem vom Hören Gesagten Wissen bauen sie Vorstellungen auf, zum Beispiel irgendeine Vergangenheit. Zum Beispiel, dass er Jesus existiert hat und gekreuzigt wurde, wenn du christlich erzogen bist. Zum Beispiel, dass er existiert hat, aber nicht gekreuzigt wurde, wenn du muslimisch erzogen bist. Kannst du es beweisen, kannst du es beschwören? Das ist das Thema bei Holofeeling. Holofeeling arbeitet nur mit Sachen, wo jedes Kind hier und jetzt sofort überprüfen kann. Verführt nämlich durch jenen Vater der Lüge, der sich oft in den Engel des Lichts verwandelt, um das finstere und hässliche Dunkel der Sinne statt des Lichtes der Wahrheit, der heiligen katholischen Kirche, zu verbreiten, hat dieser irrgeleitete Mensch gegen den hell erleuchteten Wahrheit des Glaubens auf den Acker der Kirche Donnen und Unkraut hervorbringend und emsig beflissentlich schädliche Distel und giftige Donnsträucher zu erzeugen, zahlreiche Lehrsätze vorgetragen, die kommen jetzt gleich, die den wahren Glauben in viele Herzen vernebeln, die er hauptsächlich vor dem einfachen Folge in seinen Predigen lehrte. Übrigens in deutscher Sprache auch. Einer der ersten. Das war sogar noch vor Paracelsus hat er hier ganz definitiv ein paar hundert Jahre vorher in Deutsch, aber im Alldeutsch gepredigt. Und die er auch in Schriften niedergelegt hat aus der Untersuchung, nämlich die hier rüber aufgrund der Amtsbefugnis unseres ehrwürdigen Bruders, Erzbischof Heinrich von Köln bereits, das ist ja ganz ein Lieber, erinnere dich, immer wieder der neue Bischof oder der Kardinal von Köln, wo wir zur Zeit haben, bereits früher gegen ihn durchgeführt und schließlich aufgrund unserer Amtsbefugnis in der römischen Kurie erneut vorgenommen worden haben. Wir erfahren, dass durch das Bekenntnis jenes Eckart zuverlässig feststeht, dass er 26 Artikel gepredigt, gelehrt und geschrieben hat, welche folgenden Wortlaut haben. So, und die gehen wir jetzt wirklich durch und da wäre es wert, dass wir die, sogar das Lateinische uns genauer anschauen, aber es wird jetzt viel zu lang dauern. eins befragt, warum Gott die Welt nicht früh erschaffen habe, gab ja damals wie auch jetzt noch die Antwort, dass Gott nicht eher die Welt habe erschaffen können, weil nichts wirken kann, bevor es ist. Darum, sobald Gott war, sobald hat er auch die Welt erschaffen und das ist immer ein Jetzt. Du wirst feststellen, wenn wir manchmal in die Anmerkungen reingehen, wirst du feststellen, dass der Anfang und Himmel und Erde, das ist ja schon dieses Beroshit, inmitten dieses Kopfes von Himmel und Erde erschaffen, und zwar jeder Moment erschuf der Logos des UB. Der ist der Erste. Merkst du, da steht jetzt schon PSF. Das Erste ist einfach jetzt, ein ewiges Jetzt in Ewigkeit. Genau dasselbe jetzt sage ich in dem von Gott von Ewigkeit der ist und in dem auch das Ausfließen der göttlichen Personen ewig ist. Das heißt, dass hier diese Masken, diese Maskierungen, Personare heißt ja hindurchdöhnen. Ob ich jetzt Döhne aus einem Lautsprecher in einen Raum hineinstoße oder irgendwelches Licht projiziere, ausdenke, es bleibt alles ewiglich in dieser Mitte. Moses sagte also Gott habe Himmel und Erde im schlechten ersten Anfang und das ist unser erstes Wort. Wir wissen, dieses Beroshit heißt im Rücken dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, etwas hingestellt, etwas erschaffen. In dem Gott selbst ist, der ist das absolute Zentrum, ist ohne jenes Mittel, ohne einen Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist das absolute Nichts, aus dem alles entspringt. Das ist dieses Nihilo. Immer im Jetzt, immer in der Mitte, ohne einen zeitlichen Abstand geschaut. Es gibt keine zeitlichen Abstände, bloß die, die wir uns ausdenken. Alles, was wir uns auseinanderdenken, egal wo du dir was hindenkst, es ist de facto hundertprozentig hier und jetzt. Stimmt oder stimmt? So, zweitens, das Gleiche kann zugegeben werden, dass die Welt von Ewigkeit her gewesen ist. Jetzt muss man das nicht wissen, ich sage immer wieder die Ewigkeit, man neigt mit der normalen Programmierung sich von der Vergangenheit, Physiker werden sagen, vom Rückenall bis jetzt und weitergehend, einen Zeitraum auszudenken um uns herum. Ewigkeit ist das Ewige hier und jetzt und das hast du dann erreicht, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, dann fällt nämlich alles in diesem Punkt zusammen. Die Zeit wird zur Ewigkeit, das heißt, die wird zu dem Jetzt. Des Gleichen auf einmal und zugleich als Gott war, da er seinen ihm gleichen ewigen Sohn als ihm völlig gleichen Gott erschuf, erzeugt die Schufe auch die Welt. Das ist jetzt die Sache mit dem Ab, mit dem Vorder und mit dem Ben. Der Ben, der Sohn, ist nämlich der Adam und der Adam ist jetzt ein träumender Geist, der in sich Informationen abschließt. Das heißt, zugleich als Gott war, das ist eigentlich schon das große Problem, Gott war nie, er ist. Ja, genau. Das Vui heißt nicht wahr, sondern es heißt sein, existieren, da sein, vorhanden sein. Das ist die Umform, es ist sum fuit futurus, lateinisch. Verkehrt übersetzt, das ist immer wieder dasselbe, selbst Juden alle übersetzen ständig, die Dorre wird raumzeilig aus, da gibt es keine Vergangenheitsformen, das ist das große, darum sage ich, man müsste jetzt selbst wirklich korrekt übersetzen, und du wirst feststellen, das heißt, das ist jetzt, ich erschaffe jetzt ein Ben, eine polar Existenz, einen Sohn, das ist der Adam und der Säger wie eine Kabe, das heißt eigentlich das Gedenken, mein eigenes Denken und das Ausgedachte. Die 200 Gramm rote Gnede erlebt seine eigenen Formen. Das müssen wir jetzt spiegeln, was wir jetzt als Form der Gnede nehmen, ist die Gnede ist das, was immer ist und die spitze sich dann intern ab, aber immer nur einseitig. Das Gleiche in jedem, auch im Bösen, im Übe der Strafe, ebenso sehr wie im Übe der Schuld, offenbart sich und erstrahlt gleichermaßen die Herrlichkeit Gottes. Das ist jetzt eine Sache, dass alles Böse, ich sage ganz einfach, müssen wir gar nicht viel erklären, es gibt kein Gut ohne Böse. Es gibt keinen Wellenbach ohne ein Wellental. Wenn du diese Polaritäten, hell oder dunkel, gesund und krank, Kriegung und Frieden, egal wie du es nennst, die sind gleichwertig, absolut gleichwertig. Nur gespiegelt, die stehen sich gespiegelt gegenüber. Das heißt, in jedem Werk, auch im Bösen, im Übel und so weiter, offenbart sich und erstrahlt gleichermaßen die Herrlichkeit Gottes. Es wäre hier wieder wert, dass man das absolut, das ist jetzt nur Maschinenübersetzung, die Herrlichkeit offenbart sich und leuchtet gleichermaßen. Das Herrlicht, das Licht und das Schatten, es gibt kein ausgedachtes Licht und das Rode Licht und jetzt kommt dieses Spiel, das Rode Licht, dieses Licht platzt auf in hell und dunkel. Wenn jemand sagt, der Tag platzt auf in Tag und Nacht, Tag nennst du die helle Hälfte und Nacht nennst du die dunkle Hälfte, aber ein Tag, der heilige Alltag, ist beides gleichzeitig, das ist wie Wellenberg und Wellental. Unser Kegelkreis Dreieck war einer Kegel. Desgleichen, wer jemanden mit einer Schmähung lästert, lobt Gott durch eben diese Sünde der Schmähung. Und je mehr er schmäht und je schwerer er sündigt, umso kräftiger lobt der Gott. Schau mal, was da jetzt drinsteht. Das ist eine Eigenart, diese Schmähung heißt eigentlich eine Schuld gibt. Das ist eine Maschinenübersetzung, wir können da mal ganz kurz nochmal reingehen, die müssen wir jetzt auch wieder das kritisieren, das bewerten, egal wie du was bewertest, ob du das gut oder das sind diese ganzen Wunderformen. Wenn man sich das anschaut und jetzt sind wir wieder dabei, jedes Wort wird eigentlich ein 400-Zeiten-Buch sein. Das ist das FID, das FID, das ist das da mal das Leben von FIFA und jetzt kommt ja hier der Udo. Ja. Ja, es wird jetzt zu weit reinfahren, das wird jetzt feucht, das Rih nennen wir, es wird flüssig und Udos, Udo, denk an Udo, in Griechischen. Die Nässe, die Feuchtigkeit, es wird beweglich, nicht das Ganze. Da stecken überall diese Namen mit drin. Kürzlich ab, nimm einfach, dass egal, ob du was sagst, das ist gut oder das ist verkehrt, das stimmt in beiden Fällen, es ist immer nur richtig und verkehrt, wir haben eine Richtung und so eine Richtung hat eine Kehrseite. Das sage ich Gott. Wir müssen uns hier uns immer die Anmerkungen anschauen, ich werde das nämlich dann nochmal genauer. Daher lobt Gott auch der, welcher einen dadelt durch den Dadel selbst, nämlich durch die Sünde des Dadels und je mehr er dadelt und je schwerer er sündigt, umso mehr lobt der Gott ja sogar, wenn einer Gott selbst verflucht, lobt er damit Gott. Da wird sich jetzt natürlich deine Logik ganz, ganz gewaltig aufregen drüber. Aber verstehe das, es liegt dann im einseitigen Auslegen der Worte, wenn du nämlich sagst Loben. Ist dir schon mal auffallt, dass da drin steht das Wort oben? Ja. Loben heißt, das Licht, das oben ist, das du dir ausdenkst, ist immer Licht und Schatten. Und es gibt einen Satz, da kommen wir später nochmal dazu, dass hier, ich schaue mal, wenn wir unten sind, Vers 26, das Gleichen, wer um dies oder jenes bittet, der bittet um Übles und in übler Weise, weil er um die Verneinung des Guten und um die Verneinung Gottes bittet. Und er betet darum, dass Gott sie ihm versorge. Das heißt, du musst aufhören, um irgendwas zu bitten, weil du dich selbst damit entheiligst. Es ist der Satz, wenn ich als Udo in Selbstgesprächen immer wieder sage, so bei einem Wunsch in dir auftaucht, denkst du jetzt an etwas, du denkst dir was aus, irgendwas aus, das vorher in dir drin war. Und du meinst, du besitzt es nicht. Jeden Gedanken, den du denkst, ist dein Besitz. Jede Information ist dein Besitz, den du selbst in dir erschaffen hast und der wieder in die Einheit zurückfällt, wenn du es nicht mehr denkst. Ich sage immer, wenn du dir jetzt was ausdenkst, dann stellst du dir was vor und wenn du es nicht mehr denkst, kriegst du es wieder zurück. Und dieser kleine Fehler ist zum Beispiel auch und jetzt bitte ganz genau zuhören, ich reduziere im Regen, gibt es diesen schönen Satz, ich will nur noch das, was Gott will. Ist einmal ein guter Ansatz. Jetzt könnte ich die Frage stellen, ja ich weiß aber nicht, was Gott will. Gott will das, was jetzt da ist. Wenn er es nicht wollte, wäre es nicht da. Okay? Jetzt kommt aber die große Schwierigkeit, wenn ich das will, was Gott will, ist Gott was anders wie ich. Stimmt oder stimmt? Wenn ich nur noch das will, was ein Gott will, den ich mir ausdenke, dann muss dieser Gedanke ist was anders wie ich selbst. Das ist das Übel dabei. Ich erkläre dir, dass du ein Gotteskind bist, du bist ein Gott und es gibt nicht so niemanden, den du denken könntest, der Mächtige ist wie du. Jetzt ist die Frage, willst du schon das, was du selbst willst? Nein, jetzt warst du nämlich einseitig, jetzt entheiligst du dich. Jetzt kommt nämlich dieser Wille, der Wille und das Wollen. Ich will, schau bitte das kleine Bild an, ich will und ich will nicht. Das ist nämlich eine Bolladité, du willst bloß das, was du willst und was du nicht willst, bekämpfst du. Aber die Heiligkeit wäre aus diesen zwei Gedanken die absolute Gleichtötigkeit zu machen. Jetzt ist dieser Wille, es entsteht in dir Geheul und Geschrei, das ist dieses Wort, findest du in dem Wort Illusion, in der Illumination, Illustration. Das ist ein Geheul, ein Gejammere, ein Weglagen. Das ist das, was du willst und immer alles, was du dann bekommst, wird ja dann so auf den Keks gehen, mein altes Beispiel mit Hunger und satt sein. Wenn wir das jetzt weiter aufspannen, ein extremer Hunger, den will man nicht, aber ein extremes Überfressen sein will man auch nicht. Was du eigentlich wollen solltest, ist genau die Mitte, die du selbst bist. Ich könnte jetzt hier auch wieder die Kleinigkeit, wenn ich jetzt reingehe, es ist extrem spannend, aber dann komme ich aus dem Kontext raus. Das wird hier übrigens in den Anmerkungen, wenn man die Internetseite mit reinmacht, das sind Kommentare, die dann aufbauen, es erhält also das, wer um dies oder das bittet, um etwas Schlechtes oder auf schlechte Weise bittet, weil er um die Verneinung des Guten, die Einseitigkeit, das ist immer wieder, du bittest, ich wünsche mir das, dann denkst du dir was aus, das du vorher besessen hast, denk mir dann, das Akkollgott ist alles, was du haben möchtest und ich sage, was sich in dir verwirklicht, ist dein Glaube. In dem Moment glaubst du, dass du das nicht besetzt hast. Genau. Und um die Verneinung seines Seins, dieses einen Seins, S1 heißt, das eine platzt auf in zwei Hälften und um die Verneinung Gottes bittet und betet. Jetzt müssen wir natürlich wissen, im Hebräischen das Wort für bitten, heißt auch fragen und das Wort für antworten. Diese zwei hebräischen Wörtern sind überreinig erklärt, springe ich jetzt nicht rein, sonst kommen wir nicht weiter. Also betet und bittet er nicht um Gott, sondern er betet und bittet, das ihm Gott verneint, dass ihm das Sein, das Wahre und das Gute versorgt werde. Das stimmt überhaupt nicht. Das Wahre, deine Wahrnehmung, das Gute, müssen wir wieder wissen, reden wir von dem Guten als Gegenteil vom Verkehrten, vom Schlechten, vom Bösen oder reden wir von dem Roten Gut. Und das ist jetzt einer der vorhergehenden Selbstgespräche. Dieses Gut und Böse, doch wäre, wenn wir das jetzt mit der Vatersprache anschauen, dann heißt es schlichtweg und einfach, der Spiegel ist eine verbundene Polarität. Dieser Reihe, dieser Kopf, alles ist im Mittelpunkt verbunden, vereint. Die Spiegelungen sind aufgespannt außerhalb, oben. Wir loben, wir geloben Gott. Und da musst du aber die ganze Gedankenrille loben. Das Hell ist beides gleichzeitig. Wenn du dich erhoben hast, dann wirst du feststellen, wenn du dir deine Erdkugel jetzt ausdenkst, dass eine Seite hell oder dunkel ist und eine dunkel ist, aber das Hell und Dunkel nicht abwechselt, sobald du dir das vorstellst. Nur wenn du glaubst, du lebst auf diese Erdkugel als Affe, kriegst du diesen trügerischen, chronologischen Wechsel. Halt, das Ra, wollte ich noch schnell zeigen. Und das siehst du, das ist nämlich hier. Das ist rar, auch vorhergehende Selbstgespräche. Das heißt, der Kopf ist die Quelle und dann haben wir einen berechneten Augenblick. Und das ist jetzt, dass du halt nur eine Seite siehst, das ist das Schlechte, aber auch der Nächste und der Freund. Jeder Gedanke, GE Quadrat, sagt Danke für jeden neuen Gedanken, den du denkst. Und GE Quadrat ist geistreich. Denken heißt für jeden neuen Gedanken Danke sagen. Jetzt ist die Frage, sind deine Gedanken neu oder wiederholst du bloß in Millionen von Variationen immer dieselbe Kacke, die dein derzeitiges fehlerhaftes Programm aufschmeißt? Das ist die Frage, die du dir selber stellen musst. Jetzt kommen wir, die nach nichts, die nach nichts trachten, weder nach Ehren noch nach Nutzen, noch nach innere Hingabe, noch nach Heiligkeit, noch nach Belohnung, noch nach Himmelreich, sondern auf dieses alles verzichtet haben, auch auf das, was das Irrige ist. In solchen Menschen wird Gott geehrt. Schön, ne? Das heißt hier letzten Endes die begreifen, dass die Heiligkeit ein absolutes Nichts ist. Unendlich viele Facetten in einer einzigen Kollektion ohne Unterscheidung zusammengefasst, das ist Gott. Der Anfang 1, 1. Das ist übrigens hier Anmerkung 8. Da wird es sehr Gottes Ehre, wer sind die, die Gott ehren? Die sind mit Sicherheit kein Gott. Weil das wäre ja hier Narzissmus, wenn Gott sich selbst anbeten würde und Gott, das hast du gar nicht nötig, aus sich selbst gänzlich ausgegangen sind und das Irrigen ganz und gar nicht suchen in irgendwelchen Dingen, was immer es auch sei, weder Großes noch Kleines, das ist die Mitte. Noch ist die Ruhe in der Mitte. Die auf nichts, unter sich, noch über sich, noch neben sich, habe ich nicht ganz definitiv gesagt. Das ist übrigens hier das alte Deutsch, Gottes, du ihre, wir sind ein guter Rent, dir selbst, als sie mal sind, das ist jetzt diese Sprache von damals. Das ist reines Hodo-Feeling. Das ist genau, du hast es nicht nötig, um was zu bitten, was du bist. Hodo-Feeling bedeutet, alles zu sein, was du dir ausdenkst und nichts davon. El-Hai-Yom, Gottes Mees, all seine Gedankenwellen, aber nicht irgendeine bestimmte. Das sind so Sätze, die ich immer wieder wiederhole. Da steckt es drin, dass du, wenn du dir was vor dich hindenkst, fällt dir das hinter dir. Wenn du nach oben schaust, fällt dir das unten. Wenn du an Großdenkst, fällt dir das Kleine, weil du eben ein unvollkommenes, einseitiges Wesen bist. Als der, der du zur Zeit zu sein glaubst, aber nicht der du eigentlich in Wirklichkeit bist. Ich habe neulich darüber nachgedacht, ob ich wohl von Gott etwas annehmen und begehren wollte. Ich ist jetzt in Bezug auf den Eckart. Ich will mir das gar sehr überlegen, weil ich da, wo ich von Gott empfangen würde, unter ihm und unterhalb seiner wäre, wie ein Diener oder ein Necht. Er selbst aber entgeben, wie ein Herr wäre. Und so sollte es mit uns beiden nicht stehen im ewigen Leben. Ich behaupte, ich bin du und du bist ich. Und auf dieser Ebene sind wir eins. Das kommt dann noch, wenn wir weiter runtergehen. Das heißt, Vater und Sohn, Ab und Ben, in Eben, im Dritten, wenn wir jetzt in die Chemie reingehen, ins Lithium, das ist der Eckstein, der verloren gegangen ist. Das ist das Zentrum dieses Ecksteins. Da ist keine Unterscheidung. Denken wir dann das Regieren. Gott, El Haion, ist allein, das wird er nicht mehr sein. Darum denkt er sich einen Sohn, der erkennt dann, ich bin eins mit dem Fort. Wir werden völlig in Gott umgeformt. In Gott. und in ihn selbst verwandelt, zu 200 Gramm rote Gnede werden. Du musst der Geist werden, der weiß, alles was ich denke, entsteht hier und jetzt in mir, weil ich es denke, es ändert an mir, nicht das Gericht. Auf gleiche Weise wie im Sakrament, das Brot, jetzt sind wir wieder im Adam, verwandelt wird in den Leib Christi, so werde ich in ihn verwandelt. Du bist ich und ich bin du, dass er selbst mich hervorbringt als sein eigenes Sein. Und jetzt nehmen diese Metapher, ich stehe vor dem Bücherregal und in dem Moment, wo ich ein Leben, mein Buch zum Lesen anfange, in die Vergessenheit gehe, mich mit einem Brösel verwechseln, bin ich dasselbe ich. Und wenn du jetzt, du geistesfunklich erinnerst, dass du eigentlich auch der bist, der vor dem Bücherregal steht, für einen kurzen Moment, wenn du das nächste Leben beginnst und das dann nicht mehr vergisst, dann ist es diese Umwandlung. E Quadrat R. Er selbst mich hervorbringt. Ich denke mir jetzt zuerst einmal mich als Leser aus. Als sein Eines, nicht etwa nur als Gleiches, als dasselbe, nicht als Gleiches, sondern dasselbe Geist. Wir sind dasselbe Geist. Was meine ich damit? Hör genau zu. Wir sind der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Also ich denke mir jetzt dieses Gespräch aus. Bist du schon ich? Oder meinst du, du hast mit dem, was du jetzt denkst, nichts zu tun? Du musst dich nur als einen träumenden Geist setzen, aber dir klar sein, du träumst das jetzt. Und wenn ich immer sage, ich, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, diese Lautsprecherstimme, ist ein Gedanke von dir, den du träumst, der kann sich nicht raussuchen. Eine Figur in deinem Traum kann sich nicht raussuchen, was du träumst. Stimmt oder stimmt? Eine andere Figur, die du jetzt ich nennst, blau, kann sich nicht raussuchen, was für Vorstellungen diese Worte in dir aufbauen. Ob du Beifall klatscht und du sagst, was erzählt der für einen Scheiß, dann hast du nicht richtig zugehört. Ich, JCH, bin der, der dich das jetzt träumen lässt und du, ich, ist der, der das träumt. Der Unterschied zwischen uns zwei ist, dass ich im Bewusstsein frei bestimmen kann, was ich dir träumen lasse und du als träumender Geist kannst das nicht bestimmen, weil du noch in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt bist, die voller Fehler ist, die wir vervollkommenen müssen. Beim lebendigen Gott, es ist wahr, da ist kein Unterschied zwischen uns und dir. Der Unterschied befindet sich nur in unserer Vorstellung. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, und was denkst du, wenn du an den anderen denkst, an den der jetzt spricht? Du denkst zweimal an Affen. Beim einen Affen sagst du, das bin ich, den kannst du jetzt auch sinnlich wahrnehmen, wenn du an deinem Körper eine sinnlich wahrgenommene Information in dir aufbaust, ein Körpergefühl, in Bezug auf diesen Person, auf deine Maske und den Udo Petscher, kannst du jetzt einfach ein bisschen Männchen unten anschauen, das ist aber kein Mensch. Und der Gedanke, der rein der Gedanke Udo Petscher ist nur ein Gedanke. Jetzt nahmen es in Austauschsprung. Alles, was Gott Vater seinem eingeborenen Sohn in der menschlichen Natur gegeben hat, das hat er alles auch mir gegeben, weil die nämlich eins sind. Ich bin du und du bist ich. Jetzt machen wir mal einfach in der Geschichte, da taucht dieser Professor, Doktor Eckart auf und er behauptet eigentlich, er ist Gott, er ist Jesus, er ist genauso viel wie Jesus. Das sagt er seinem Papst. Das ist das große Problem. Wollen die was, die Bäbste bis zum heutigen Tag, wenn sie sich in den Gold gleiten, wollen die irgendwas von dieser Einheit, von dieser Demut leben? Hiervon nehme ich nichts aus, weder die Einigung noch die Heiligkeit, sondern er hat mir alles ebenso gegeben wie ihm. Es gibt nichts, was er mir geistesfugn gegeben hätte oder Jesus gegeben hätte, was ich nicht auch habe. Du müsstest bloß dieselbe Leben leben, dieselbe Liebe leben und dieselbe Demut leben. Dasselbe Einverstandensein leben. Ich kann mit anderen Meinungen einverstanden sein. Ich muss nur wissen, dass jeder Gedanke, der in mir auftaucht, den jetzt Antagonisten in meinem Traum äußern, genauso richtig ist, wie das, was ich jetzt als Brösel mir denke. Es sind nur unendlich viele verschiedene Perspektiven zu einheitlichen Kollektionen. Alles, was die Heilige Schrift über Christus sagt, das bewahrheitet sich völlig an jedem guten und göttlichen Menschen. Weil jeder, der diese christliche Weisheit verstanden hat und lebt, ist ein Christus. Der ist ein kleiner Kristall. Den Schuh muss man sich fast einmal anziehen. Da muss man das aber auch lieben. Und wenn du jetzt meinst, du bist eventuell ein Christ, dann sage ich nur, liebe deine Feinde. Und dann beobachte dich als Geist, dass dir mal bewusst wird, was du für Feindbilder in dir trägst, ohne Ende. Und der Wahn steichert sich umso mehr, du meinst, deine einseitige Vorstellung von richtig, die du übrigens nur von hören sollst. Können wir jetzt aktuell wieder an die Ukraine kritisieren. Was sind die Guten, was sind die Bösen? Wir können an Corona denken, ich könnte jetzt Sachen einspielen ohne Ende. Es ist nur Rechthaberei und geistlos nachgeheft. Die Viren, alles, Hörnwichsereien, heliozentrisches Weltbild in der Physik, Atome, Quantenmechanik, hat alles ein bisschen, ein kleines Quäntchen Wahrheit. Eine Küche ist eine Salzstreue. Ein kleines bisschen richtig. Das ist weit, weit weg von dem Heiligen Ganzen, wenn wir eine heilige Küche ausdecken. Sie haben es drin. Das ist die große Erkenntnis. Alles, was der göttlichen Natur, jetzt ist natürlich dieses Natur, das sind jedes, dieser Wörter juckt, bechepreisiert, heißt es ja, das Losgemachte, die existierende Schöpfung ist eine Reihe, bepreisiert. Wir müssen auch das Natur, wenn wir ins Lateinische reingehen, das heißt eigentlich nur die Geburt mit Nazien zusammen und jetzt ist natürlich alles, was Geburt, der Geber, der Geburtsgeber beginnt an der GB, erinnere dich an unsere Welle, tausendfache Geld, taucht etwas auf, geht in einer Felge wieder nach unten und geht dann wieder zurück ins Meer, in die Zitale. Natürliche, da kommt jetzt automatisch die Beschaffenheit, jetzt brauchen wir die Sachen dazu, das blaue Ich, die Affinitäten, die Denkungsarten, die Charaktere, Happy, das schöpferische Wissen deines Intellekts, da sind so viele Querverbindungen drin. Also diese göttliche Natur eigen ist, das alles ist auch dem gerechten und göttlichen Menschen einem wirklichen Adamei. Das ist das, wenn ich sage, verstehe doch, hör doch mal zu. In dem Augenblick, wo du jetzt irgendwas denkst, erschaffst du das, was du denkst, hier und jetzt in deinem Kopf, egal was es ist. Wenn du jetzt an einen Verbrennungsmotor denkst, Vierzylinder-Diesel, Achtzylinder-Diesel oder Benziner und du bist, hast meinetwegen Automechanik erklärt, du hast eine gewisse Allgemeinbildung mit den Kolben, mit der Zündung, mit der Elektronik, egal was, dieses Ding entsteht in dem Moment, wo du es denkst und es wird genau so funktionieren, wie du dir das ausdenkst. Die Grundlage ist aber nicht irgendwelche physikalische Gesetze, die unabhängig von dir da außen existieren, sondern die Grundlage ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Wissen als Stamminhalt. Du bist ein Computer und das ist ein Programm und dieses Programm baut auf dem Monitor vor, das ist dein darstellendes Bewusstsein Vorstellungen auf. Wenn du das Programm austauschst, du kannst sogar die Naturgesetze verändern. Es ist kein Science-Fiction, wo wir machen, ich rede von einer, ich benutze mal für dich das Wort Realität, wobei das Wort Realität in dir auch schon wieder eine Vorstellung ist. Darum wirkt ein Mensch, ein Adam auch alles, er bewirkt alles. Wir, wir sind KT. Das müssen wir jetzt immer wieder spiegeln, dann kriegst du hier eine gewisse Entfernung, festsetzt, das ist dann die Kav, Kav-D ist dann eine Gruppe, eine Spezies, eine Sekte. Das ist das, was die Kollektion an Wissen, die du dein kollektives Wissen nennst. Du bist in einem kollektiven Wahn zur Zeit. Solcher Mensch auch alles, was Gott wirkt. Du bist als ein Adam. Gott schuf den Adam, nur einen einzigen Adam nach seinem Ebenbild. Etzbem. Und er hat zusammen mit Gott Himmel und Erde erschaffen. Was heißt das? Mit Gott heißt, dass ich dich brauche. Ich lasse es dich denken. Ich lasse es dich träumen. Wenn ich dich nicht habe, habe ich keine Informationen. Und du wiederum brauchst deinen Intellekt. Das ist dein blaues Ich. Das ist das, was du Menschen nennst. Und das ist das dann Schaffen. Affen. Denk an die Worte Attrappen. Doppel B. Att, 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 Und er ist Zeuge, Unterzeuger, Kreator und Kreatur Re. Creator und Kreatur Re. Die Kreatur, die immer wieder mit jedem Gedanken, du denkst dir eine Kreatur aus und die kommt wieder Re, die kommt wieder zurück. Ja. Und du bist der Kreator. Kreatio heißt auch die Wahl. Du wählst aus dieser Unendlichkeit etwas heraus. Das ist dieses Kreatio ex nihilo. Ja. Jetzt habe ich Kreatio gratis. Schauen, da kriegen wir jetzt schon unsere EGG, ex-GG, ex-GAC. Und GG auf Hebräisch 3.3 ist Dach. Ausgedacht, ein Flachdach. Das ist die Ebene. Und als 33 gelesen kriegen wir die Welle. Kreatio und jetzt kriegst du das Erschaffen und Erzeugen. Du bist der Erzeuger und jetzt ist die Erwählung die Wahl. Ja. Du wählst etwas aus. Das macht der Magier. Das ist das, was ich dir hier mehr oder weniger versuchle. Das ist Kreatio ist ja wie... Aus dem ewigen Wort und das ist der doppelte ewige Wort ist der doppelte aufgespannte Ort das W, der Mittelpunkt. Das ist das ewige Wort. Schem. Und Gott wüsste ohne einen solchen Menschen nichts zu tun. Habe ich dir gerade erklärt. Ja. Ich, JCHUB brauche ich, der denkt sich einen Sohn, der mit 33 ex-GG, GG, wir sind zwei Geister. Ja. Das ist das, was ich dir gezeigt habe, wo ich reingeschoben habe. Das ist das Equatrat in der Physik, in der physikalischen Form, die Energie, die ständig in eine andere Form gewandelt wird, ohne dass sie sich selber dabei verändert. Das ist ein träumender Geist. Physikbüchern steht nichts anderes drin. Jetzt kommen wir. Der gute Adam, der gute Mensch soll seinen Willen so den göttlichen Willen angleichen. Jetzt sind wir in dieser Situation, dass er selber alles will, was Gott will. Weil nun Gott in gewisser Weise will, dass ich gesündigt habe, so wollte ich nicht, dass ich keine Sünde begannen hätte und das ist die wahre Buße. Was würdest du an deinem jetzigen Leben verändern? Keinen einzigen Augenblick, weil sonst wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Jetzt ist natürlich, dass das Wort Sünde sofort wieder nur negativ ist. Wirst du feststellen, das ist ein Wort für dich nur, Sünde heißt die Wahrheit. Ja. Altgotisch. Müssten wir jetzt weitergehen. Wir haben ja hier das Unte schon mit drin. Raumzeit Unte. Lass ich wieder für sich selber. Ja. Jetzt kommen wir hier. Oh, ich habe den 26. Warte mal schnell. Wenn ein Mensch tausend Todsünden begannen hätte und es wäre ein solcher Mensch in rechter Verfassung, so dürfte er nicht wünscht, er hätte sie nicht begangen. Und jetzt ist natürlich die große Sache, dass ich sage, wenn du ein Schauspieler bist, wenn du der Hannibal Lecter bist, wenn du der Charles Manson bist, Ja, genau. Ich muss diese Rolle spielen. Hör dir das nochmal an. Ja, ja. Such mir nicht aus, welche Rolle ich spiele. Das macht Gott. Suchst du dir raus, dass du jetzt der Redo Oberhänsel bist oder wer auch immer du jetzt zu sein glaubst, suche ich mir raus, dass ich jetzt der Udo Petscher bin? Es bestimmt doch letztendlich der, der mich jetzt ausdenkt. Meinst du, das Pixelmännchen, das da unten in der Ecke oder oben ist, je nachdem, wie du da einen Bildschirm eingestaltet hast, kann sich raus suchen, dass du dir das jetzt ausdenkst? Und dasselbe geht für Romanfiguren. Ich sage immer wieder, die Antagonisten und Protagonisten in einer Romangeschichte, du bist der Autor. Du bist Gott für das, was du dir ausdenkst. Aber du greifst halt nur auf den Schwamminhalt, geistlos nachgeheftes Wissen zurück, deiner Lehre und deiner Erzieher. Und das sind noch tausend andere Leute, die wo was äußern. Jetzt zum Beispiel ein Meister Ecker, den du in dir wachrufen könntest, der dir was ganz was anderes erzählt. Gott befiehlt nicht ausdrücklich das äußere Werk. Das äußere Werk ist nicht eigentlich gut oder göttlich und Gott wirkt und gebiert es nicht eigentlich. Das ist jetzt, da müsste man jetzt dieses kleine Neck, dieser kleine Passus, gut und nicht göttlich, das ist nämlich hier eigenartige, was mache ich schon mal, ob ich das kurzfristig, ob das da beschrieben ist. Das ist auch nicht und nicht, aber nicht. Das ist eine doppelte Konduktionsverneinung. Das heißt halt in einem gewissen Maß, wenn ich jetzt das, die äußere Handlung ist weder richtig gut noch göttlich. Sie ist einfach nur. Sobald du was anschaust, mein altes Beispiel wieder für dich ganz einfach, wenn du in einem Kino bist und einen Film anschaust, jetzt noch mal auf der Brüsel-Ebene, muss dir klar sein, jeder Gedanke, der in dir auftaucht, das sind ja auch Gedanken, ich sage zwar, du träumst und du hast jetzt erst einmal zwei Seiten, es gibt Gedanken, wo du weißt, das ist jetzt, weil ich es denke und es tauchen Reizauslöser, nenne ich das auch, in dir auf. Das können auch sinnliche Wahrnehmungen oder auch Gedanken sein, die aus nichts in dir auftauchen. Von einer Sekunde auf die andere hast du dann Gedanken, wo du sagst, habe ich mir das jetzt raussuchen können? Und dieser ständige Wechsel von Informationen ist, wie wenn du in einem Kino einen Film anschaust. Du sollst zu einem reinen, wertfreien Beobachter werden und dann schiebt sich was dazwischen, das ist dein Ego, das richtet und wertet und urteilt. Der Film selber ist, er ist einfach. Es gibt nichts, was in dir auftaucht, was eine Qualität, eine Qualie besitzen würde, bis der Beobachter mit seiner Logik, mit seinen zwanghaften Werte- und Interpretationssystem diesen Moment bewertet, in richtig, in verkehrt, in gut und böse, die Kategorie 2 aussagen, beziehungsweise frage. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Film, ein Film läuft. Und ob das ein guter oder schlechter Film ist, bestimmt der Zuschauer, der sich den Film anschaut. Und jetzt sage ich dann immer noch dazu, jetzt wieder normal gedacht, egal welchen Film du mir jetzt bringst, ich bringe dir Leute, die finden ihn toll und andere finden ihn schlecht. Lass uns doch jetzt über die Ukraine-Krise, über Putin reden, wie findest du den? Lass uns über Trump oder über politische Partei reden oder über Religion reden, über die Zeugen Jehovas. Wie findest du die? Hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Wenn du Zeuge Jehovas bist, wirst du das ganz anders sehen, wie wenn du keiner bist. Wie findest du die Katholiken? Wie findest du die SPD oder die Grünen zur Zeit als Partei? Wie findest du die? Sind die gut oder schlecht? Merkst du, wo der Wahnsinn hängt? Ja. Das steht in dem Vers drin, wenn wir uns den genauer anschauen. Da müssen wir jetzt natürlich Untererklärungen reingehen, die aber gar nicht nötig sind. Lasst uns nicht die Furcht äußerer Werke bringen, die uns nicht gut machen, sondern innere Werke, die der Vater in uns bleiben, tut und wirkt. Es sind immer deine Informationen. Es geht um die inneren Werke. Das Außen ist nur Illusion ausgedacht, vorgestellt. Die Darstellungen, die Vorstellungen, die Spiegelungen. Es sind Spiegelungen. Gott liebt die Seelen nicht das äußere Welt. Gott liebt seine Kinder, die Geist. Ich liebe die träumenden Geister, aber nicht irgendetwas, was du dir ausdenkst. Es geht um Arsch vorbei, sagt du immer. Genau. Die ganze Menschheit am Arsch vorbei. Wer mich, der für mich von in der Esse ist, ist einzig und allein der, der mich jetzt ausdenkt und das bist du, weil du denkst mich jetzt, ich rede jetzt als Udo, du denkst mich jetzt aus. Als Roten Ubi kannst du mich nicht nicht ausdenken, weil ich immer das absolute Zentrum bin. Stimmt das? Stimmt das? Macht das einen Sinn? Ist das Solo-Feeling-Redo oder ist das Solo-Feeling, frage ich jetzt nochmal das Redo-Programm. Perfekt. Der gute Mensch ist der eingeborene Sohn Gottes. Und jetzt muss ich wissen, dieses Dorf, rot gelesen, nochmal, das Rote Tee ist der Reihe, das heißt Spiegel, das ist der Abt, das Einzeln gelesen wiederum, der Kopf der Schöpfer Gottes. Im Geist verbunden, in der Mitte, alles vereinigt. Der Urmeier, bevor er gegeneitert hat. Und dieses Rote Gut platzt auf in ein blaues Gut, das ist jetzt eine Spiegelung, das ist eine aufgespannte Facette, eine Polarität außerhalb, wenn Berg, wenn Tal, helldunkel und so weiter und so fort und das Ganze ergibt dann das Ror. Und das ist eine augenblickliche Berechnung. Umgekehrt. Eine augenblickliche Berechnung. Ah, Entschuldigung, Ror. Berechneter Augenblick, so rum. Das ist übrigens jetzt auch interessant, ein berechneter Augenblick, das ist der Kopf, ist die Quelle und wenn man das jetzt spiegelt, dann ist da die Spiegelung mit drin, tauscht man die Quelle, ist der Kopf und jetzt hast du eine augenblickliche Berechnung. Das ist jetzt übrigens das Aufgeweckte, das Erwachte. Aber alles, was in dir wach wird, was in dir erweckt, wird, das sind jetzt die Ecken, sind zwangsläufig hier Schlechtigkeiten. Sind aber auch gut. Entweder ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links. Ich habe jetzt so viel weglassen, jetzt sind wir das Thema, Redo, wo ich kurz vor dem Einschalten der Aufnahme gesagt habe, wenn ich was anschaue, aber lass uns hier mal, der edle Mensch ist jener eingeborene Sohn Gottes, den der Vater von Ewigkeit her gezeugt hat. Das ist in dem Moment der Fall, das bist du selbst, wenn du begriffen hast, dass du nie in der Vergangenheit existiert hast und in der Zukunft nicht existieren wirst und auch jetzt nicht existieren kannst. Was existiert, sind Tiere. Das sind deine ausgedachten Menschen, die Medim, sterblich, Enos, Säugetiere. Das sind Vorstellungen. Ich bin, dieser Körper ist ein Blödsinn, du bist der, der sich das ausdenkt. Genau. Aber der bist du auch nicht, du bist der, der sich jetzt ausdenkt, der sich das ausdenkt. Das haben wir ja tausendfach durchspielt. Der Vater zeugt mich als seinen Sohn und als denselben Sohn, was im Meer, im Meer Gott wirkt. Wir sind die Gruppe. Wir sind die erste Trinität. K.D. Das ist es K.D. Das ist U.P. Der geistige Kopf ist U.P. Und P.H. Hier. Das ist immer hier. Ja. Diese U.P. und dieses hier ist immer hier. Schau mal. Adpa Schwert 31 ist Gottes und der verbotene Welt ist wieder U.P. Ja. Ja. Hier sind die Gruppen. Ja. Und ich platze zuerst einmal meinen Sohn auf und dieser Sohn Ben rot gelesen heißt im Sein rot gelesen, das im Sein Sein im S-I-In. S ist das Rote, es ist das Bewusstsein, das ist das absolute Bewusstsein und ein I-In heißt nicht existieren. Ja. Hab, jetzt soll ich was gemacht. So rum. Das Bewusstsein ist nichts. Es ist nicht existierend. Und du merkst jetzt mit dem Deutsch Blau, das ist zum Beispiel auch hier die 73 haben wir hier Pyramidenwert. Du warst unsere Spiegelung 73,37. Zeig dir mal was. Ach. Schön. Die Ewigkeit haben wir doch gerade gehabt. Ja. Abbasch heißt immer gespiegelter Wert. Ja. der Gollum. Ja. 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 Weisheit Gottes Formen. Die Weisheit Gottes Formen. 86 mal 3,141 mal den kleinen Gott. 2701. Erster Vers. Gehen wir es nicht. 28 Zeichen. 26 ist ja. Da steckt das drin. Das ist Zebaut, das Dudo. Da hat er das Dudo. Was? Schön, ne? Du hast schön Glück gehabt. Du hast schön Glück gehabt. Sag mal. Gott ist auf alle Wesen und in jedem Betracht nur ein Er. Was heißt ein? Ein heißt nicht existieren. Wenn wir die Einsätze machen, das Nichtvorhandensein von Er und Er rot gelesen, haben wir gerade gehabt, das ist der Quellkopf. Es ist ein allereinziger Quellkopf, das ist der rote Kopf. Und das heißt erwacht. Dann bist du erwacht. Du bist ein erwachter Geist, der jetzt ganz, ganz bewusst träumt. Das wird hier alles erklärt. Sodass in ihm selber keinerlei Vielfalt zu finden ist. Im Meer selber. Es gibt keine Wellen. Die Wellen sind eine oberflächliche Erscheinung. Jetzt kann man das natürlich spiegeln mit einem Eiswürfelfisch. Das spreche ich jetzt nur an. Wenn man Holophilien studiert, weiß man, was ich meine. Das ist das Umdrehen. Ist eins das allumfassende eine oder ist es der Punkt, aus dem alles entspringt? Wieder in der Vernunft noch außerhalb der Vernunft. Wer nämlich Zweiheit oder Unterschiede sieht, der sieht Gott nicht. Gott ist dieses Zentrum, das du all. Du bist nichts. Bist du all, bist du dich hier aufspatzt. Denn Gott ist ein Er, außer aller Zahl, überall der Zahl und fällt mit nichts in eins zusammen. In das existierende Bewusstsein zusammen. Das bist du Geist, das sind wir. Wir jetzt, Geist, die etwas erleben, der etwas erlebt. Dieser Geist, den kannst du nicht besetzen, der kannst du nur sein. Und jetzt kann ich dir tausend von Videos von Philosophen oder irgendwelche Menschen auf der Verabrede einsprechen, die reden immer von das Gehirn, hat er ein Bewusstsein aufgebaut oder mein Bewusstsein, schon wenn du mein Bewusstsein sagst, das ist ein Zeichen von vollkommener Unbewusstheit. Ich bin, das ist dieses Ich bin. Bewusstsein. Und dieses Bin wiederum heparisiert, wirst du merken, wo bin ich denn? Wo ist er denn? Das ist Ischen. Das ist schlicht und einfach hier, das im Hebräischen das meistens mit Zwischen übersetzt. Genau. In der Haal, im Zentrum, dazwischen, zwischen dem Oben und dem Unten, zwischen dem Vorn und Hinnen, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, im Ewigen, hier und jetzt, das bin ich. Egal, wo ich mir was hindenke. Räumlich wie zeitlich. Es ist hier und jetzt meine Information und das sind immer Gedanken, wo ich nur eine Hälfte, ich nenne das immer Diapositiv und Diapositiv und Diapositiv, und schlage. Ist das Holofilling oder ist das Holofilling? Kann man das verstehen? Meinst du, dass das irgendeine vor ein paar hundert Jahren verstanden hätte, die ich mir jetzt natürlich ausdenke? Daraus fällt, in Gott selbst kann dem danach kein Unterschied sein. Wählen Sie nie in dem, der immer ist. Jetzt ist natürlich das Meer, das Meer schon wieder als Wasser, den ist ein Symbol für den Punkt, für den absoluten Mittelpunkt. Was ich übrigens sage, wenn man das anschaut, das ist hochinteressant, sich dann wieder näher damit zu beschäftigen. Das kommt des Sefer Maimonides, habe ich öfters erwähnt, in der alten jüdischen Schrift. Gott ist eine in jeder Beziehung und auf jede Weise, sodass sich in ihm keinerlei Vielheit finden lässt. Das ist das Loch in der Kamera obskura. Und die Peripherie, das Außenherum, was er in sich trägt, ist immer symmetrisch aufgebaut. Das heißt, ich muss eine Hälfte weglassen, dass ich was sehe. Ich kann hell nur sehen, wenn es nicht finst ist und finst nur sehen, wenn es nicht hell ist. Das ist genau das Prinzip. Es ist aber immer beides gleichzeitig da. Ich brauche einen Hintergrund, wie ich das immer wieder nenne. Und der wiederum braucht wieder einen Hintergrund. Um das ganz abzukürzen, das ist diese Kleinigkeit. Ich wiederhole ein schönes Beispiel, wo du als Brüssel unter Brüssel spielen kannst. Du nimmst ein fetzenweißes Papier und malst da Haar drauf. Dann nimmst du den Zettel Z-L legst du auf den Tisch und dann fragst du, was siehst du oder besser, was ist das? Und dann garantiere ich dir, die meisten, wenn ich das anschauen, weil die gar nicht wissen, was du eigentlich meinst, sind halt Dierchen. Und dann irgendwann vielleicht kommt einer drauf, dass er sagt, das ist ein Haar, wenn man da ein Haar draufzeichnet, in den Buchstaben Haar. Und dann sagst du, das stimmt, ein bisschen, aber Blödsinn. Das ist ein Zettel, auf dem ein Haar drauf ist. Ja. Du merkst, du unterschlägst immer den Hintergrund. Den Träger, ja. Stimmt das? Dann werden sie schon unsicher, dass wir Blödsinn. Das ist ein Tisch, auf dem ein Zettel liegt. Ja. Blödsinn, das ist ein Zettel im Meer, eine Geburt im Meer, in dem ein T ist. Interessant, wenn man mit separatisch das Umsatz hat, eine Erscheinung beginnt zu existieren, auf der in einem Haar eine Wahrnehmung drauf ist. Und das Zimmer wiederum ist eine Facette in einer Wohnung und die Wohnung wiederum ist eine Facette in einem Wohnblock und das Haus ist wieder eine Facette in einer Straße. Das ist der Weg, den ich immer wieder beschreibe in die Hand. der Weg des Mystikers. Genau. Das ist der Herz. Einfach ganz am Anfang diese zwei Bewegungsrichtungen deines Geistes. Das technische Menschen, das entgeistigte Menschen und das Mystiker, der wird in die Einheit zurückgehen. All das steht da drin. Gott ist auf alle Weise und in jeder Betracht nur einer, dass in ihm keine Vielheit zu finden ist. In dem Mittelpunkt, aus dem alles entspringt, ist alles eins. Das ist wichtig. Es ist die Vielheit in dem Einen. Aber nicht Vielheit, sondern Eins. Das ist die Erkenntnis. Der sieht Gott nicht, denn Gott ist ein Er, ein nicht existierender Wachter. Du kannst den Träumendengeist nicht sehen. Aber was denkst du, wenn du einen Träumendengeist oder einen Geist als Ding an sich denkst? Irgendes so ein Tuchwesen, wie man es aus die Gruselfilme kennt? Es sind alles Vorstellungen. Es sind alles Existenzen, die wieder weg sind, wenn du sie nicht denkst. Aber was ist der, der dabei sich nicht verändert, der diesen ständigen Wechsel von Informationen, von Gedanken anschaut? Du wirst jetzt feststellen, es gibt keine Möglichkeit, dass du dir den vorstellst. Du kannst jetzt einen Namen nennen, das ist Geist. Ich sage, dann musst du den noch rot machen. Darum ist er ja unaussprechlich, sagen die Juden, die Unaussprechlichen. Darum sprechen die Juden den Gott nicht aus. Der hat Jahwe gesagt. Der hat Jahwe gesagt. Das ist natürlich wieder jetzt einfach ein Blödsinn, weil dir das ja nicht erklärt, um was es eigentlich geht. Und was dreht sich eigentlich alles? Um dich. Wir, um uns. Wir in Gott. Wirbel. Wir, B.L. In Gott selbst kann dem noch kein Unterschied sein. Oder erkannt werden. Urgleich, bevor er geknallt hat, wird erst so eine Freiheit, wenn man den explodieren lässt. Jede Unterschiedenheit ist Gott fremd, sowohl in der Natur wie in der Person. Beweis, seine Natur selbst ist das ein E, das nicht existierende E-Quadrat, das weder vermehrt noch vernichtet werden kann, weil es nichts ist. Und eben, E-Quadrat ist der Sohn, E-Quadrat bin ich und ich, der vom Bücherregal und jetzt zum Lesen anfängt, der Geistesfunk. Diese selbe eine und jede Persona, die jetzt aus der Maske hin durchtritt, ist ein und eben die selbe eine Personare. Jetzt kann man das natürlich die Weisheit des erwachten Sohns. Das ist die Sonne. Kanukerleuchter-Ding. Schau mal. Das neunte Licht. Das ist der erste Spiegel der Reihe. Ist eine und dieselbe eine. Das ist die Natur Gottes. Wenn es heißt, Simon, liebst du mich mehr als diese? Jetzt ganz interessant, das Bewusstsein des Meeres. Das On ist eine ganz interessante Sache. Da habe ich oft darauf hingewiesen, wenn wir das On in dem Griechischen machen, weil das in Griechisch war der Bücher, und wenn man das jetzt sucht, findet man das ganz schwer. Kannst du dich erinnern, Redo? Nein. Das mit dem Jon, das in Bewegung gesetzt ist. Aha, Jon. Das On, wenn du das einzeln machst, das ist ein ganz, ganz, man kann das eigentlich, ich lasse es, sonst würde ich mir zu weit aussehen. Interessant ist das lateinische Anschauen. Schau mal, wie das Simon geschrieben ist. Sim, griechisch, zusammen. Das Bewusstsein des Meeres. Okay. Liebst du mich mehr, so ist der Sim. Dieser will sagen, mehr als dieses. Es gibt kein mehr oder weniger Lieben, wenn du weißt, was die rote Liebe ist. Wir haben eine rote Liebe und die platzt auf in Lieben und in Hassen. Das ist wie Plus und Minus. Die blaue Liebe ist immer selektiv. Schon jemanden zu fragen, ob du dann mehr oder weniger liebst. Wenn du weißt, was die rote Liebe ist, ich liebe jeden, ein einzelnen Moment ist ein systemrelevanter Parameter, ist ein Passelstück von mir selber. Ob ich einen Stein anschaue, ob ich einen Baum anschaue, ob ich einen Trockennasenauken anschaue oder einen Käfer. Und das ist mehr als diese und zwar auf gute, nicht aber auch vollkommene Weise. Wo nämlich ein erstes und ein zweites ist, da ist ein mehr oder weniger. Ein Gradunterschied und eine Rangordnung. Im Einen, im Absolut Einen gibt es aber kein Grad und kein Rang. Die Frage, was jetzt mehr ist, UB, JCH oder ICH, stellt sich überhaupt nicht, weil das diese Trinität ist, die rot geschrieben wird. Der rote UB und der JCH und der ICH sind alle rot, die sind nicht existieren. Das ist die erste nicht existierende Einheit. Der Heilige Geist, das ist UB, der Vater, das bin ich, JCH und der Sohn, das bist du. Und diese beiden sind als Polarexistenz E-Quadrat die Energie, die das Ganze erschafft. Wenn man das erste Mal, kann man es nicht verstehen, wenn man es oft genug macht, kriegt man eine ganz simple, einfache Symbolik. Wer dem noch Gott mehr liebt als seine Nächsten, liebt zwar auf das Gute, aber nicht auf vollkommene Weise. Weil jeder Moment, der in die auftaucht, ist eine Facette Gottes, ist eine Facette von dir selber. So, Anmerkung 26. Alle Kreaturen sind ein reines Nichts. Ich sage nicht, dass sie etwas Geringes oder überhaupt irgendetwas sind. Sie sind nichts. Sie sind ein absolutes Nichts. Sie sind eine Illusion. Mach doch ganz einfach mal, denk einmal jetzt an irgendeinen geliebten Menschen von dir, der jetzt nicht existiert, aber jetzt existiert, wenn du ihn denkst. Was ist der als Ding an sich? Ein Gedanke von dir? Was ist ein Gedanke von dir? Eine Information? Das ist eine Form in dir, die eigentlich gar keine Form ist. Was ist da eigentlich in dir drin? Jetzt könnte ich sagen, ja, wo in dir? In deinem Gehirn? Das Gehirn hat die ganze Zeit nicht existiert. Das existiert jetzt, weil du es denkst. Was ist das Gehirn, wenn du es nicht denkst? Aber was ist dein Gehirn, wenn du es denkst? Es ist doch bloß ein Gedanke. Ein Nichts. Ein reines Nichts. Reih ist immer auch eine Spiegelung. Das sind Sinusöffnungen. Das ist übrigens das SI. Wir müssen immer den Sinus, wenn wir den Sinus genau anschauen, der beginnt jetzt erst einmal mit SI. Und du wirst jetzt feststellen, schon diese kleine Sache, das ist also ein Bedingungsartikel, wenn, wofern gesetzt dem Fall das, je nach dem Zusammenhang mit dem Indikativ, bla bla, dem Borer, ich merke das, ich müsste da wieder so weit reingehen, ich bleibe mal, pass auf, und wenn nun, wenn demnach zu Anfang eines mit dem Vorhergehen zusammenhängenden Satzes, es ist immer das Vorhergehende, es gibt kein chronologisches Vorhergehen, es gibt einen Sinus, denk wieder an den Einheitskreis und jetzt konstruieren wir dies, der große Falle der Naturwissenschaft der Arigmetik oder der Geometrie einen Sinus rauszukonstruieren und den auf eine Zeitachse zu setzen. Genau. Das ist das Töte, jeder Moment, jeder Blickwinkel ist immer jetzt. Das ist, das ist alles, das hat Schritt für Schritt zu einer riesigen Entgeistigung geführt. Und dann kriegen wir den Sinn, den habe ich ja tausendmal gezeigt, ein englidisches Neh, jetzt ist wichtig, schau mal, ein englidisches Neh, englidisch heißt, dass das immer an einem Wort drangehängt wird. Ein Wort hast du dann doppelt auf, dieses Neh müssen wir jetzt einmal selber anschauen. Dieses Neh heißt eigentlich ein Verneinungswort, das heißt nicht, das nicht, damit nicht, mit der Verkürzung, englidisches, etwa nicht, ist es nicht etwa, ist es nicht etwa, ist es nicht etwa vorher dunkel gewesen, war ich vorher krank, das ist dieses Neh, das ich dranhänge, aber pass auf, dieses Neh, wenn wir jetzt hebraisieren, was kriegst du dann? Das Bewegtbild, oder? Zack, 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 jetzt ist es hell, war es nicht vorher dunkel, aber das vorher denke ich mir doch wieder jetzt. Ja, klar. Ich springe in Vergangenheit und Zukunft gedanklich, aber die Bilder sind immer hier und jetzt, dieses Schwanken, Schwanken wiederum hat was mit dem Auf und Ab, mit dem Hin und Her Bewegen zu tun. Da haben wir jetzt den Sinus, du merkst, da schwingt unser Sinus schon ganz langsam mit. Ja. Jetzt ist es, wofern aber, und dieses Sinn, da kommt, wenn das Gegenteil oder etwas vorhergegangen ist, wir sind schon im chronologischen Denken, jetzt haben wir unser Gegendal, Geg, und da wissen wir, das ist das Dach, das Ausgedachte, Dokos, Dokos, etwas glauben, etwas meinen, man muss einen Riesensprung machen, wenn wir dieses GG hier setzen, haben wir ein Dach, genau genommen ist eine, eine ausgedachte DER-Reihe Asse. Tonhagen, ja. Okay, eine Deck, ein Wunder von Pi, zwei TT, von zwei Spiegeln. Ja. Im Reuchertal, diese Dachterrasse führt uns dann automatisch zum Dokos. Du Heuchler, zieh dir den Balken aus den eigenen Augen. Da steht dieses Wort Dokos. Ich, wahrlich, ich habe hier und jetzt ausgedacht, vor 2000 Jahren, jetzt gesagt, zieh dir deinen Balken aus deinen Augen. Interessant ist, ein Balken, wo die geöffneten Ecken deines Beet gebildet werden. Gebildet werden die Beelit, im Kind beginnen die Beelit, heißt die Preise, dem Kind beginnen die zu existieren. Okay, interessant, Beal heißt im Nichts, in Gott ist das Fundament. Kennen wir. Fundament, Mendior, wieder etwas überlieben und Lügen verbreiten. Und dieses Wort Dokos, zieh dir den Balken aus den Augen, bevor du den Splitter in den Augen des Anderen kritisierst, ist die Grundradix Dokio. Und das ist jetzt natürlich interessant, da landest du Dokio und das heißt jetzt hier, scheinen, den Anschein haben. Es hat den Anschein, dass es so oder so ist. Dir ist was ins Auge gefallen, nachdrücklich. Meinen Glauben etwas für wahrhalten, das ist die Grundform, wo du dann hinkommst. Da kommt dann das Dogma her, oder? Da kommt das Dogma her. Da kommen die Dogmen her. Aufpassen, auflauern, Acht geben auf jemanden. Das ist hier diese große im Einzelnen hier, das öfters, wenn man hier reinlässt, es ist schlichtweg und einfach, wenn es heißt, zieh dir den Balken aus den eigenen Augen, heißt es schlichtweg und einfach, mach das, was du geistlos nachäffst, sagst du mal aus deinem Kopf raus, bevor du den kleinen Splitter die Lügen der Anderen kritisierst, die genauso nachäffst. Und du merkst, in der Sprache, wenn man die vergibt, die ist komplett selbsterklärend. Ja, ja. Habe ich jetzt da die 26 eigentlich schon gehabt? Ja, fast. Alle Kreaturen haben nicht mehr sein. Da haben wir hier, es ist etwas in der Seele, das Doppel-E ist E-Quadrat, das Bewusstsein ist die See und Le ist auseinandergeschmissen. Das ist es eben, auch beim Meer mache ich immer E-Quadrat. Das Unerschaffene und Unerschaffbar ist. Es ist etwas in der Seele, was Unerschaffbar und Unerschaffbar ist. Wenn die ganze Seele solcher Art wäre, so wäre sie Unerschaffbar und Unerschaffbar. Das ist die Vernunft. Und diese Vernunft als Ding an sich, das nennt sich Intellectus. Das ist eigentlich Verstand, meistens das Verstehen. Aber da steckt die Ehe schon wieder mit drin, von Plus und Minus. Gott ist weder gut noch besser noch vollkommen. Wenn ich Gott gut nenne, so sage ich etwas ebenso verkehrtes, als wenn ich das weiße Schwarz nenne. Weil wenn Gott gut wäre, wäre er nicht schlecht. Aber was hier ich jetzt ausbessere, dass mir ein rot geschriebenes Gut hat. Und Gut, dieses rote Gut ist nicht das Gegenteil von schlecht, sondern Gut und Böse ergibt es Gut, so wie Tag und Nacht den Tag ergibt und Kreis und Dreieck und Kegel ergibt. Du kommst in die höhere Dimension. Da gibt es jetzt noch schöne sich reinlesen, das mache ich jetzt aber weg. Da werden jetzt Erklärungen noch dazu gemacht in dieser Originalschrift. Was ich jetzt hier zusätzlich empfehle, wo man reinliest, das ist diese deutsche Meister Eckart Biografie. Die Unico Mystica. Da wird es eigentlich nochmal genau erklärt und das ist jetzt hier interessant, das sind die Predigten in Deutsch. Und das jetzt zu lesen mit Holopheling ist ein intellektueller Hochgenuss, der alles topft, was du jemals gehabt hast, außer die Umarungsschriften. Das ist jetzt in diesem Altdeutsch, das ist jetzt übersetzt, das gibt es übrigens dann auch in dieser alten Schriftfassung, aber das glaube ich kostet, wenn du das jetzt, bin ich raumzeitlich, kostet 670 Euro für ein Buch ausgeben. So verlangert ich nämlich für die Auflage. Vom Schweigen. Wie sind wir in der Zeitrede? Wir sind auch gut, lass uns da mal reinlesen. Das erste, was ich jetzt empfehle, wenn du sowas machst, wenn Grundlagen da sind, wir machen es erst einmal das Wort Schweigen und dann gibst du hier deutsche Wörter ein und dann schauen wir mal, welche hebräische Wörter heißen Schweigen. Das ist ja immer unser klassischer Weg, und du wirst jetzt erst noch mal feststellen, das Schweigen, die Stummheit, das Verstummen, das ist das hebräische Wort, das heißt schon mal Gott, das heißt ihr Gott. Ihr Gott verstummt vollkommen. Wir sind übrigens wieder hier, schau mal, in Gomorra. Wie auch immer das jetzt zusammenhängt, Oma, da sind die Karben mit drin, können wir natürlich auch rot machen. Das heißt ihr Gott, und da ist der Adam, da schwingt im Hintergrund der Damm vom Adam mit. Und da haben wir jetzt die Attrappe, Dama heißt ja, ich gleiche, denk A-D-M heißt Adam, heißt rot und schweigsam, still sein, das Gotteskind selber. Ich sage, du musst nur schauen, du schaust, wie du laberst und schwätzt und interpretierst. Du beobachtest deine ständig wechselnden Informationen, das kannst nur du beobachten. Du bist der Geist, der mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert wird und du bist der Einzige, der diesen ständigen Wechsel deine Informationen erlebt. Stimmt oder stimmt? So, und wenn du der bist, du musst ein Beobachter werden, der in keinster Weise irgendwas wertet, deine Informationen sind auch deine eigenen Wertungen, deine Sympathie, deine Interpretationen, deine Reaktionen auf auftauchende Reizauslöser. Du kannst das beobachten, du kannst beobachten, es taucht ein Geräusch in dir auf und du denkst an dein Telefon, mein Klingeling-Geling Beispiel. Es taucht ein anderes Geräusch auf und du denkst an ein Flugzeug, an ein Rasenmäher, an die Haustierglocke, was auch immer. Oder du hörst das Geräusch, ich mache Beispiel, Weißenburg-Vortrag, schließe mal deine Augen und im selben Moment wirst du an deinen Körper denken und die Augen zu machen. An den Körper, an den du eben denkst, hast du ein anderes Programm, du lebst ein anderes Leben, wirst du bei dem Wort schließe mal deine Augen und an einen anderen Körper denken. Die Worte bleiben die gleichen. Das ist das vollkommen Neue an Holophilien. Das ist dieses Adama, ist ja dann auch, Adama ist auch dann die Erde in Bezug auf den Erdboden. Erde heißt er weg, das Wissen nicht praschiert und Buh heißt in ihm, ist ein Urteil. Zack. Das ist Erdboden, das ist Adama, wenn ich jetzt das eingehe. Und da hast du jetzt schon die Attrappe und jetzt wenn ich weiß, dass B auch F ist, dann hast du A, T, T, R und die Affe, Affinität. Und das, was hier diese Attrappe ist das, was du zu sein glaubst. Diese kalte Gedanken, weil die Schöpfung ist deine Beschwerung. Das ist das, was du dir vorstellst. Der Mensch, an den du denkst, der Affe ist nur eine Attrappe. Das steckt da mit drin. Das hängt alles zusammen und da ist jetzt ein Schweigen bloß als Rückübersetzung mit da. Du musst das Schweigen im Hintergrund dir machen. Jetzt hast du das Dummy, das Blut in einer Hülle stecken und die Klimax rückübersetzt. Das Schweigen, die still ist. Immer überall der Adami heißt mein Adam. Wenn ich jetzt das Adami alle vorsiebe, hast du dann mein Adam. Ja. Der in einer Hülle steckt. Merkst du das, B, Lothar? Ja, ja. Da haben wir jetzt übrigens die 54. Die 54 ist ganz interessant, weil das ist jetzt nämlich, wenn wir die spiegeln, machen wir mal ganz, ganz kurz. Machen wir jetzt erst 50-4. Und die. Jetzt kriegst du dieses Schwanken, das Hin- und Herbewegen, was zwangsläufig, das Damm, habe ich ja gesagt, die geöffnete Schöpfung sind immer zwei Facetten, M, M, jeder Mom-End. Wenn wir das rumdrehen, kriegst du jetzt das Damm, das Urteil. Ja. Ups, 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 Ups. Wo war man da? Da bin ich gewesen. Dann haben wir nochmal Bluten, Blutenstillhalten, Handwerker, gebrannten Ton, das im Geheimen Schweigen, das ist was im Geheimen, G, H, J, G, E, Quadrat, ist H, J, das ist das Meer, das ist die Energie. Und das ist schweigsam. Jetzt können wir da noch weiter runterführen, das wird dir hier alles erklärt, wie das zusammenhängt. Da muss man natürlich, wie gesagt, so wie wenn du jetzt sagst, ich will eine Fremdsprache, oder nicht? Die Vatersprache ist für dich eine Fremdsprache, weil du eine Muttersprache beherrschst. Das ist die göttliche Sprache. Jetzt kann man aber das auch hebraisieren. Das gibt es jetzt dann noch, du siehst, wir sind ja erst in der Mitte drin, da gibt es noch 11, die unter anderem auch schweigen. Wie funktioniert hebraisieren? Wir machen, sagst du mal, ein Shinwe, und da wissen wir, das ist das Nichts. Das ist übrigens genau genommen das Schwa oder Schwe, E-Quadrat, dieses Nichts, das hast du jetzt auch, das Eigentliche, die Leere, die Nichtigkeit, kann man natürlich dann auch blau machen. Darum hast du, der Logos ist verbunden, alles die geistige Logik, ich sag das weise Licht, die Weisheit selber, das ist der Schöpfer. Wenn wir es dann blau machen, haben wir eine logisch aufgespannte Schöpfung. Das ist jetzt einmal das Erste, in dem Schweigen, und jetzt ist natürlich I, jetzt kommt hier IGN, das ist der göttliche Geist, beziehungsweise wie der intellektuelle Geist, intellektuelle Geist ist das Gehirn, das ist der Verstand symbolisiert. Geh rot ist der Geist bewusst, der die Sachen erlebt, und was du erlebst, ist dein blaues Geh, das Gehirn, das ist symbolisiert im Verstandenen Intellekt, was dein Programm hergibt, dein momentaner Schwamminhalt, wie ich das denke, was der hergibt. Da kann man dranhängen, und jetzt ist der göttliche Geist, dieser bewusste Geist, ist sein, reines Bewusstsein, es sei ihm, Bewusstsein ist nicht existierend, und er ist schützt, ist beschützt und beschirmt dich, aber wo wirst du beschirmt? Im Schwa, im Nichts. Ich kann dich nur dann absolut beschützen, wenn du selber nichts bist, weil nichts kann nicht zerstört werden. Genau. Ich erkläre dir in dem Leben, was du selbst bist, und wenn du das verstanden hast, du bist ein träumender Geist, das heißt, etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann, ein absolutes Nichts, diese Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden, sie ist immer dieselbe Energie. Immer wieder erkläre ich das. Vor was hast du dann Angst? Was vernichtet wird, sind deine Informationen. Die werden jeden Moment vernichtet. All das wird dir in dieser Meister-Eggert-Schrift erklärt. So, warte mal. Das Schweigen. Jetzt pass auf, wir begehen das Fest von der ewigen Geburt. Die Generation einer ewigen Geburt. Da haben wir zuerst einmal den Geber, das ist der Geburtsgeber, der ewige Geburt. Rot gelesen. Das ist praktisch der Schöpfergeist, der du selbst bist. Das ist das Männliche in dem Adam. Der Denker, der Geber, der Engel Gabriel, habe ich erklärt, der den Jesus schwängert. Die Maria, da wird der Jesus draus, der Elisheber schwängert, da wird dann Johannes der Täufer draus. Das macht alles der Geber. Ich bin jetzt der Geber, der dich schwängert. Wenn du dich von mir befruchten lässt, geistig befruchten lässt. Okay? Das beginnt dann aber vorne, immer wieder, das heißt, der Geist, wenn man den jetzt rot macht, hast du den Geist und außen ist eine Berechnung. Dieses BR ist das Äußere. Das ist das Spiel, du kannst es immer austauschen, über Kreuz lesen. Wir können ja die ersten zwei Buchstaben anschauen und dann kriegen wir genau wieder unser Wellenberg. Das ist dann hier der Buckel, Schienillet, die Logos des Kindes, ist ein erhöhtes Erwiderung, die Felge des Gewilbe gehen dann wieder runter, in der Felge, Rückseite, Rückseite, schwimmen und gehst wieder zurück in der Leio. Haben wir zigfach gehabt. Das sind so Sachen, jedes Wort müssen wir wirklich am Tag erklären. Die Gott, der Vater geboren hat, das sind die Geber. Die Geber, das sind meine Geisteswundheit. Ich gebäre lauter kleine Geber, die sich selber befruchten mit dem Intellekt, den den zu denken benutzen. Und ohne Unterlass in der Ewigkeit gebiert, während dieselbe Geburt jetzt in der Zeit, Zeit ist et, sind augenblickliche Erscheinungen. In der Menschennatur Ereignis, es passiert immer jetzt in der Zeit, in einer augenblicklichen Erscheinung. Es ist schlichtweg eine augenblickliche Erscheinung, das ist das hebräische Wort für Zeit. Zeit. Das sind Zeitpunkte. Bild, 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 Bild. Die sind immer jetzt. Und auf der Datei, so wie die Worte jetzt, ich mache immer dasselbe Beispiel, wenn du das jetzt anschaust, schaust du eine Kollektion von Worten, die alle gleichzeitig sind. Und wenn du zum Lesen anfängst, jedes Wort sprichst du jetzt aus. Das muss ganz tief in dir installiert sein, dass du das verstehst. Der Heilige aus Gustinus sagt, diese Geburt geschehe im Meer. Die ist das so, wie ich es lese. Und Meer ist LHJ, das ist UB. Es passiert in dem einen Geist, in Gott selbst, im Zentrum der Kammer Obscura. So sie aber nicht in mir geschieht, was hilft mich das dann? Ich bin doch du. Du erlebst nur deine Stände, ich weiß nicht, denn Informationen. Denn dass sie in mir geschehe, daran liegt alles. Ich kann nur das erleben, was in mir selbst passiert. Stimmt oder stimmt? Kann ich das erleben, was im Kopf vom Redo passiert? Oder im Kopf von dem, vom Putin oder im Kopf von dem? Ich muss mir doch zuerst den Kopf ausdenken. Und jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, wo ich sage, wenn du denkst, einen menschlichen Trockennasen auf den Kopf, wenn du die jetzt ausdenkst, dann steht er hier und jetzt, weil du ihn denkst. Egal an welchen Kopf du denkst. An Sograt ist sein Kopf, an Einstein sein Kopf. Und jetzt ist der Witz, es ist wie wenn du an eine Kiste denkst. Genau. In dem Moment, wo du an eine Kiste denkst, jetzt hast du mal das Wort Kiste. Jetzt musst du eine Vorstellung auf dem Wort aufbauen, in dir eine Information, jetzt denk an eine Kiste. Und in dem Moment ist eine ganz abstrakte Kiste da. Ich sage, die kriegt erst ein Material, wenn du dir ein Material denkst, ob es ein Pappkarton ist, eine Holzkiste ist, auch das Papier, der Karton, die Pappe entsteht erst, wenn du die denkst. Was ist in der Kiste drin, die du denkst? In einer Kiste, die du dir denkst, kann bloß das sein, was du dir reindenkst. Das haben wir auch tausendfach durchzählt. Stimmt das oder stimmt das? Das ist 100%ig sicher. Du musst dich von dem wahren Lösen zu glauben, dass ein Gedanke, den du denkst, zuerst, dass du mit dem nichts zu tun hast, das ist ja bei 99,99% der Fälle der Gedanken, die du denkst. Denk mal jetzt an den Supermarkt, wo du als Brüssel zum Einkaufen gehst. Denk an die Erdkugel, denk an die Ukraine. Es entsteht hier und jetzt, weil du es denkst. Was ist in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst, was du sofort auf der Stelle überprüfen kannst? Das ist der Teufel, den du auf den Leim gehst. Okay. Also es geht, es liegt alles daran, es liegt, und jetzt muss die wirklich mit der Vordersprache, teus ieri, das ist in mir, die E-Quadrat ist eine logische Ehe. Jetzt wird es interessant, diese generierte DR-Existenz. Das heißt, generiert aus dem Weiblichen heraus. Diese geöffnete Berechnung, Konzernante Radix ist ja unsere Generation, und diese Generationen mit einem N-Zuffix hast du hier in Bezug auf Frauen. Okay, jetzt kommen wir natürlich hin an, das steht jetzt hier nicht drin, weil ich habe jetzt das als Zuffix gelesen. Jetzt kriegst du hier die Larve, du bist dich jetzt wieder sehr weit mild, die Miller, denk an die Miller, gegenüberliegend und beschnitten. Es fällt der Nieren nicht. Jetzt beginnt etwas in dir zu falten, Facetten alternieren. In dir sind generierte Existenzen. Okay, jetzt pass auf, liegt alles, und jetzt geht es natürlich schon los mit dem Liegt. Ich muss jetzt ganz, ganz kurz, das habe ich sehr, sehr oft gemacht. Da müssen wir das Lieg reinsetzen, und jetzt hast du merken, dass das Liegen und das Lügen zusammengehören, untrennbar. Das, was in der Zukunft passiert, was in der Zukunft liegen, sind Lügen. Du lügst dich immer bloß selber an, und dann kommst du hier in die Kindslage, das Geflunger, das Geflagger deiner Lichter, die Lüge und so weiter. Ich habe jetzt das deshalb hergemacht, weil ich doch gerade den Ill gehabt habe, das Geschrei. Kannst du dich erinnern? Ja. Dass das Ill haben wir nämlich auch, dieses Ill ist ja ein einfach dummes, geistloses Geschrei, das Geblarre von Affen, das Geheul und das Jammern und das Recht haben wollen, haben wir natürlich auch eine andere Seite, das Recht haben wollen, und das Ganze haben wir natürlich auch im Engelischen, und im Engelischen wirst du plötzlich feststellen, dass dich das krank macht. Böse, feindlich, schwer krank, die Krankheit ist die Boshaftigkeit in dir, und die Boshaftigkeit baut auf Missgeschicken auf, die Miss ist die Frau, das ist deine Muttersprache, falsch ausgelegt, deine Logik, die ist von Übel, die erzeugt den Geist, fängt in dir an zu rollen, Groll. Stimmt oder stimmt? Dieses ganze Spiel, das ist dein Wille geschehe, ich lasse immer deinen Willen geschehen. Du bist der Richter, nicht nur der Richter, sondern auch der Schöpfel bei alles und jedem. Das ist es, und es wird alles genauso sein, wie du dir es denkst. Und dieses Ill, dieses Kranksein für dich dann zwangsläuche, wie in Kohl, Kohl ist das Weltliche, das ist profan. Du wirst anfangen vor Angst zu zittern, du versuchst etwas am Leben zu halten, nämlich etwas mit dem du dich verwechselst, jetzt denk wieder an deinen Körper. Ich sag bloß wieder vom Säugling bis zum Kreis. Wenn du doch weißt, was du bist und wie du funktionierst, was ich dir jetzt erkläre, in einer ganz einfachen Form, hast du doch keine Angst, dass dein Körper sich auflöst. Du darfst ja nichts mehr anders denken. Diese weltliche Wahrnehmung, wir setzen eine Wahrnehmung dran, diese weltliche Wahrnehmung ist jetzt das Kranksein. Jetzt wirst du logisch wach und dann kriegst du damit aufgespannte Erde. Das ist einmal das Erste. Wenn ich jetzt da hier dieses Koller, das Kranksein, die Krankheit selber, dich in die Krankheit, wie kommst du in die Krankheit? Die Krankheit ist dein weltliches Denken, das ist das unbewusste Denken. Das heißt, daran an dieser Generation liegt, alle es heißt nach außen strömend. Wir haben, haben heißt der Sohn, wir, der Sohn, haben einen verbundenen Wort und zwar ist dieser verbundene Wort doppelt aufgespannter Ort, das weiß, ich weiß, da alle Dinge mitten in einem Schweigen, Schwein einem Nichts, haben wir doch gerade gehabt, in einem Nichts, was hier die totale Sicherheit ist, kam ich in mich von oben hernieder von den königlichen Stuhl ein verborgenes Wort, von diesem Wort soll diese Predigantel. Es ist mir eingefallen. Kam in mich von oben vom kreisenden Sohn, jetzt kann ich immer, ich habe gesagt, denke ich mir, die Quelle eines Seins nach oben, fällt mir was ein, nehme ich Elayum, da auch etwas in mir auf, in der Zimmerspiegel. Vom königlichen Stuhle ein verborgenes Wort, inmitten des Schweigens, inmitten des Nichts, immer daran denken, haben wir gerade gehabt, war mir zugesprochen ein verborgenes Wort, ach, ist der Bruder, Bruder, Herr, wo ist dieses Schweigen und wo ist die Stätte, in der dieses Wort gesprochen wird, in meinem eigenen tiefsten Inneren, im Zentrum der Kammer Obscura. Es ist in den Lautersten, die Lichtzeichen des Ersten, was die Seele aufweisen, der Schöpf-WP kann, in dem Edelsten, da steckt jetzt eigentlich Et, solche bis Ewigkeit, das ist Gott. Ich kann auch in Edelsten einen Buchstaben einfügen, dann haben wir Et, Elstein, Sein. Machen wir da ein I dazwischen. Der Kristall, im Edelsten, im Kristall, im Christus, im Grunde, ja, in den Wesen der Seele. Das ist, ich war gerade, das sind aber mir zwei, die auseinandergeschmissen werden. Es ist das Mit-El, mit Gott, ein Nicht-Sein. Ich bin nichts und du bist nichts. Wahrlich, schau mal das kleine Bild an, wahrlich, ich, Udo Petscher, sage dir, ich bin jetzt in dir. Weil du mich doch jetzt denkst. Wenn du mich jetzt denkst, bin ich doch eine Information von dir. So wie du, der jetzt sich dieses Video anschaut, in dem ich mir doch aus, in dem Udo drin ist, aber mit Sicherheit nicht in dem Pixelmännchen da unten. Das sind jetzt zwei gegenüberliegende Personen, ausgedachterweise von dem, der in der Mitte ist. Absolut, ja. Und der macht aber nicht, dass er sagt, ich bin der und denke jetzt an den Udo oder ich bin der und denke jetzt an den Zuhörer. Das ist dieser Mittelpunkt, das ist das Schreien. Denn da hinein kann nie eine Kreatur oder ein Be-El im Kind hineingehen. Weil das Nichts ist Nichts. Wieso kannst du nicht hineingehen in diesen Mittelpunkt? Weil du immer da drin bist, aus dem Kind heraus. Es kann was ausgedacht werden, aber wenn du dir jetzt was ausdenkst, ist es erst einmal deine Information. Du denkst dir aus dem absoluten Mittelpunkt, was in dich hinein als Information, das sich aber trotzdem als Information im Mittelpunkt befindet. Und du kannst da nicht hineinkommen, weil du kannst nicht wo hinkommen, wo du immer bist. Du kannst nicht das werden, was du schon bist. Drum ist die Suche in der Zukunft, irgendeinen besseren Zustand zu erreichen, wie das ewige Hier und Jetzt, eine Enteilichung des Hier und Jetzt. Merkst du, wie das Holofeeling ist? Und die Seele hat da nicht Wirken noch Verstehen. Die Seele hat kein Wirken. Wir sind das Fundament. Und wir sind das Verstehen. Wir sind die Ehe. Und weiß kein Bild davon. Eine Seele, eine bewusste Seele weiß, dass das Ewige Nichts immer halb bleibt. weder von sich selbst noch von irgendeiner Kreatur. Ich kann mir kein Bild von mir selbst machen und ich kann mir in dem Zentrum kein Bild machen von einer Kreatur. Obwohl sich diese Bilder in dem Zentrum befinden. Ich muss mir das Ausdenken vor mich hinstellen. Schau das Bild unten an. Und sobald es eine Vorstellung ist, die natürlich in mir drin ist, kriege ich das Bild. Das Vorgestellte ist in mir, aber in mir ist es eigentlich nicht. Und jetzt sind wir wieder so am Punkt, wo es dann gleich zusammenzieht, weil sich das widerspricht. Aber es ist einfach, denk wieder die 200 Gramm rotigen Edeform. Er sende ich ihre Form, ohne dass er sich selber verändert. Das ist ja auch so ein Widerspruch. Das sind die Ebenen zwischen Rot und Blau. Alle Werke, die die Seele wirkt, wirkt sie mit ihren Kräften. Und das sind geistige Kräfte. Das ist die wirkliche Energie in der Einstein-Formel. Ausgedachte Energie. Atomenergie, Sonnenenergie, Windenergie sind ausgedachte Erscheinungen, die sind keine Energie, so wie ein ausgedachter Geist kein Geist ist. Oder ausgedachte Intelligenz, dass Computerchips immer intelligenter waren wie Affen. Weder die eine noch die anderen waren das Raffen, was wirklicher Geist ist. Geist kann nur von Geist verstanden werden. Und Geist ist ewig. Und Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was als Ding niemals existiert. Darum ist es ewig. Alles, was sie versteht, versteht sie mit Vernunft. Wenn sie denkt, tut sie es mit Gedächtnis. Und da haben wir jetzt natürlich hier das Gedach. Das Ausgedachte. Mach es immer so. Wenn sie begehrt, tut sie es mit dem, jetzt sind wir wieder bei ihr. Haben wir doch gerade gehabt. Und der Gestalt wirkt sie mit den Kräften und nicht mit dem Wesen. Diese Kraft in dir selber, die geistige Kraft ist etwas, was, wenn du das einmal im Griff hast, bist du wirklich ein bewusster Gott. Und jetzt lass es, glaube ich, gut sein, das hier durchlesen, mit dem Wissen von Holophilien, ist ein Intellekt oder Hochgenuss ohne Ende. Geht da übrigens auf etliche Bibelfersen ein. Jetzt kommt vom Unwissen. Wo ist der Geborene, ist als König der Juden. Wo ist der Geborene, ist als König der Juden. Hört nun, wie sich diese Geburt von sich geht. Und du wirst feststellen, alles Holophilien. Reines Holophilien. Absoluter Hochgenuss. Und das ist jetzt gerade so die Spielereien mit dem Hebräisch, das ein bisschen rein spielt. Holophilien geht natürlich auch in das Taoismus rein, in die Sanskrit-Schichten. Kann nicht schaden. Es ist unendlich viel Wissen in dir drin. Und ich sage, momentan mach dich da nicht verrückt. Das reicht. Arbeite dran, was du bist. Was du bist. Ich erkläre dir, was du bist. Und du bist in einem Führerschein-Prüfungspunkt. Hör auf, vor allem etwas Angst zu haben. Vor allem, dass irgendwas zerstört wird. Wenn ich dir was wegnäme, will ich dir was Neues geben. Und was wirklich Neues, kannst du mit deiner jetzigen Logik nicht einziehen. Du kannst nicht von unten nach oben sehen. Das sind immer wieder dieselben Sätze. Es ist das Geschenk, das du kriegst mit Holophilien und deine Reife bestimmt, wie du damit umgehst. Und dann wirst du Menschen beobachten, du wirst Videospixelmännchen beobachten und du wirst den absoluten Wahn der Rechthaberei in dir selber finden, wie sehr du dann doch immer noch mit einer Seite sympathisierst, wie du noch im Ungleichgewicht bist, in der Wiegelei, Lüge, Kindslage. Und du musst als Beobachter bist du immer der absolute Mittelpunkt. Das heißt, die Sache mit dem blinden Arschloch, versuch dir das nicht abzugeben. Nein. Sonst wirst du ewig ein blindes Arschloch bleiben, weil du aus dem Nicht-Einverstandensein nicht rauskommst. Dieses Liebe deine Feinde. Ich müsste jetzt hier Kleinigkeiten, wenn man so gerade das Dimios-Dialog, wenn du aufschlägst, das ist selbst, wenn du Krankheiten bekämpfst, Schulmedizin, hast du ein Feindbild und du erzeugst deinen Kurs ohne Ende. Du müsstest jetzt hingehen, Dimios-Dialog, wenn nicht ganz alte Schriften, da gehen wir noch weiter zurück, dass du feststellst, wie unendlich präzise das ist und wie fehlerhafte Übersetzungen sind. Vor allem deine eigenen Erklärungen. Es geht wirklich, das Hochkomplizierte kann man ganz einfach machen. Da habe ich auch so viele Beispiele, wenn du ältere Selbstgespräche hast, das ist das Geistreicheste, was du tun kannst. Und alles andere, Filme und so weiter, anschauen, die schaden zwar nicht, aber die werden erst interessant, wenn du dieses Prinzip der Interpretation verstanden hast, wird alles komplett anders, obwohl du dasselbe anschaust. Man kann da immer nur ja sagen. Der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Dieses Leben, das du jetzt durchlebst, hat nur einen Sinn. Du hast die Chance, in dem Leben zu erkennen, was du bist und was deine Gedanken sind. Und dann wirst du nicht mehr versuchen, möglichst lang der zu sein, der du jetzt bist. Weil du ganz einfach das Beispiel vom Seugling bis zum Kreisverstand hast. Du wirst nicht mehr versuchen, dich am Leben erhalten zu wollen. Das ist nämlich das Gegenteil vom Todsein. Holofilling heißt ja, das Gefühl, alles zu sein. Jetzt, wenn ich aber sage, lass die Toten ihre Toten begraben, kann man das gefühlen, die ich mir ausdenke, wenn das nicht mitkriegt. Es kriegt bloß der eine mit, der Erste, der hinter dieser Vielheit steht, der sich die Vielheit ausdenkt. Und ich muss, ich muss, da sage ich wirklich, ich, ich meine jetzt, ich bin du. Ich muss verstanden haben, dass jeder Moment, der in mir auftaucht, der Beste ist, den es überhaupt gibt. Es ist ein Baselstück, ein herausgespiegeltes Stück aus der Einheit, die nicht herausgenommen wurde, aus der Einheit. Jedes Bild auf meinem Monitor in deiner jetzigen Logik wird nicht aus der Datei herausgenommen. Es ist eine Facette, die ich selektiert mir anschauen kann. Und ich darf auf keinen Fall diese Facette anders haben wollen, wie sie jetzt ist. Es beginnt schon, wenn du rausschaust und sagst, oh scheiße, Wetter heute, ich wollte spazieren gehen. Nein, nein. Dann fühlst du dich schon schlecht. Warum fühlst du dich schlecht? Weil du mit etwas nicht einverstanden bist. Du fühlst dich übrigens nicht schlecht, weil du krank bist, weil dein Körper nicht so funktioniert, wie er sein sollte, sondern weil du nicht einverstanden bist. Du fühlst dich immer schlecht, weil du mit etwas, was jetzt in dir auftaucht, nicht einverstanden bist, obwohl das Ding an sich, das in dir auftaucht, einfach nur da ist. Wir sind wieder bei der Interpretation. Absolut. Ob du das richtig, verkehrt, gefährlich, schön, angenehm, böse, hässlich definierst, mach dein Programm. Egal, auf was er sich bezieht, selbst beim eigenen Körper, wenn du in den Spiegel schaust und du nörgst ständig an dir rum, weil du ein Schönheitsideal in dir trägst, das überhaupt nicht deine Meinung ist. Nein. Du hast noch keine eigene Meinung. Deine Meinung ist eine Anderung. Es ist dein Schwamminhalt, es ist die Meinung der Medienanstalten an dich herum, was du zum Glücklichsein brauchst. Dieses Kauf mich, Kauf mich, Kauf mich, ein Wahn. Du lebst als Wahnsinniger und der Wahnsinnigen, solange du dich mit dieser Figur verwechselst. Ein als Rechthaber unter vielen Rechthaber. Das ist nicht der, der du bist. Das ist nicht der, den ich das erzähle. Ja. Allumfassende Liebe. Das sind so schöne Sätze heute Morgen an der Rheinstadt, kann man drunter stellen, diese einfachen Rebenfrügel. Seid zu allen nett und freundlich. Nein. Jetzt kann man sagen, ja, aber der sagt doch, die Deppen und die Idioten, die sagen, das ist problemlich nicht an dem, was ich sage, sondern wieder, was du aus den Worten machst wie bei dem Wort Zünde. Die Schwierigkeit ist, dass du ein Wort hörst und viele, viele Worte für dich nur negativ belastet sind oder viele Worte nur positiv belastet sind, die du auch negativ machen kannst. Genau. Warum habe ich dieses Beispiel mit dem Jesus, wenn du das einmal wirklich diese zwei Selbstgespräche, wenn du jetzt ein Einsteiger bist, ein Redo-Programm hat es mit Sicherheit nicht. Er braucht auch den Gematrix-Programm, der hat nämlich fast 90% davon geschrieben. Das ist bei ihm installiert. Das ist mit einer Ahnung. Und da wird man unscheinbarer prüfen und dann hast du wieder diese ganzen hier auch belesenen Menschen, wenn man jetzt meine Kölkhoffs, ich kenne noch einige Sagen in der Richtung, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Gibt es noch einen Nürnberger, der macht ganz tolle Videos, auch ein Philosoph. Aber du merkst immer wieder dasselbe Problem wie bei einem Kölkhoff. Die erklären dir, was der, der geht die ganzen Philosophen durch, auch in Meister Eggert hat er eine schöne Sache, schön ist, immer 10, 11 Minuten sind dann seine Videos und er hebt das Wesentliche wirklich raus, ist sehr auf Griechisch und Latein, auf die Sprache geht er ein, mit Problemen, wo er sein Problem mag, dass das das Vorgeböge ist, alles was du von mir hörst, das sind halt Wörterbücher, Wörterbuchwissen, aber was das wirklich im Kern für den Geist ist, da wirst du feststellen, das ist nicht da, das ist eine Vergangenheit da außen, eine Welt da außen, die Philosophen sind da außen, dass eh seine Informationen sind, wenn er Geist ist und dass nicht so niemanden, den du dir jetzt ausdenkst, dich raussuchen kann, dass du ihm denkst, genauso wenig wie du dir raussuchen kannst, dass ich dir das denken lasse, jetzt dieses Selbstgespräch und wie du darauf reagierst, auf die Worte, mit Neugier oder mit, oh, da muss ich ja noch so viel lernen, mit Entsetzen, es ist immer, es ist einfach, jedes Wort, jedes Geräusch, jedes Bild, egal was passiert, du machst jetzt dann dieses Video aus, dann wirst du aufstehen und dann wird irgendwas passieren und du suchst dir das nicht raus. Der Wahn zu glauben, dass du bestimmst, was du denkst, dass du einen eigenen Geschmack hast, dass du weißt, was richtig ist und was verkehrt ist, du wirst zu gnadenlos über das, was du jetzt zu sein glaubst, lächeln und schmunzeln, mei, bin ich blöd gewesen. Der absolute Verpfosten. Und umso mehr man sich aufbläst, jetzt mit Herzen, ich habe am Morgen, ich müsste fast her suchen, ein Video für Bild, Beillet, im Kind, und zwar geht es ein Arzt wieder, der jetzt ganz massiv auf diese Impfschäden hinweist und dann ist es vom Ärzteverband, dieser Montgomery, sitzt mit Dortmund und der verteidigt ist, dass das alles Lügen sind, dass das Lügen sind. Ich sage, es ist außen gar nichts, es ist das nochmal, wo resonierst du und es wird sich ausufern ohne Ende und es ist ein Hexenkessel, den du hast automatisch, dass hier ja so viele jetzt denken, Cut, Cut meine ich immer ganz bewusst, ich erschaffe das jetzt, weil ich es denke. Beziehungsweise du, weil du die Worte hörst, was du aus dem Wort machst, du kriegst das Geld raus. Und jetzt ist es also so, dass also hier diese Impfschäden so massiv zunehmen, was vollkommen klar ist, ich sage jetzt eine Seite, aber der Witz ist, dass die meisten Ärzte, die ja hier ein Schweinegeld verdient haben mit dem Impfen und das Zeug mitgespielt haben, durch die Bank, auch die Krankenhäuser, dass die natürlich jetzt, wenn eine kommen, sie die Letzten sind, dass sie sagen, das ist, weil ich dich geimpft habe. Ja klar. Drum ist die Dunkelziffer, obwohl jetzt offiziellen Angaben schon so extrem hoch sind, immer schön geredet werden, ist die Dunkelziffer viel brutal höher, Cut, jetzt ausgedachter Weise. Was ist das ganze Zeug, wenn man es nochmal denkt? Nicht schrecklich. Und ich sage, es wird auch die Ukraine-Krise jetzt auftauchen, ob die Guten oder die Bösen, die Fragen stellen sich nicht mehr. Dich wird das überhaupt nochmal interessiert. Ich zitiere Sefa Maimonides, wenn du von morgens bis abends die Dota weißt, du für Tausende, jetzt natürlich Zeitspanne, Tausende von Stunden, dieser Brügelredo, den du jetzt vor dir hast, als Pixelmännchen, der Mensch, den du dir jetzt denkst, den du hier und jetzt in deinem Kopf erschaffst, der ohne dich gar nicht existieren würde. Ich rede immer mit dem Geist, der sich alles ausdeckt. Wie viele Tausende von Stunden nochmal gedacht, der hier in Hebräischwörterböchern und in Ohrenbördungsschriften verbracht hat, um diese Dateien, die reine Hintergrunddatei, reinzuschreiben, die Daten, das Programm hat er nicht geschrieben, das hat wieder wer anders gemacht. Ein Riesengespiel von Zusammenarbeit. Und dann gehst du ganz anders um, weil du dieselben Schriften komplett was anderes rausliest. Das ist die Verwandlung, wenn du aus Gotten was anders machen kannst, wie das, was du jetzt magst, bist du einen ganzen Schritt weiter in deiner geistigen Entwicklung. Und da kommt dann ein Punkt von zwei Seiten, dann müssen dir die Menschen um dich herum wirklich total am Arsch vorbeigehen und was wer dir am gleichgültigsten sein soll, der, an den du denkst, wenn du an dich selber denkst. Leid entsteht, weil du meinst, du müsstest den am Leben erhalten und du müsstest den mit dem Zeug füttern, was er dir einredet, dass er braucht, dass er braucht. Das ist der Wahn, oder? Das ist der Wahn ohne Ende, weil du von der wirklichen Glückseligkeit noch gar nichts verstanden hast. Keine Ahnung, ja. Da gibt es eine Qualität, so wenig, immer wieder, wo ich sage, vom Säugling bis zum Kreis, was kann ein vier, fünfjähriger anfangen mit körperlicher Sexualität? Das wird für ihn nochmal interessant, wenn er in diese Reifestufe kommt. Das wird ihn aber genauso, wie das Kinderspitzeuge am Arsch vorbeigeben, wenn er in die wechseljahre kommt. Und wenn du dieses Leben durchlebt hast, wird dich ganz andere Sachen interessiert. Das ist die Klimax. Das Blut mit dem Daff hin, das ist die Jakobsleide. Dann steigst du auf in höhere geistige Regionen und du kannst halt nicht von unten nach oben sehen. Selbst unser 7x7, unser 7-Rhythmus, der jetzt fälschlicherweise durch die Schulmedizin über das Maß der 49-50 hinausgezogen wurde, im Durchschnittsalter. Es wurde das Leiden verlängert, es wurde das Gefängnis verlängert durch diesen Wahnsinn und die lasse ich bis in alle Ewigkeit in Sodom und Gomorra. Ich vernichte das nicht einmal für ewig, sondern ich vernichte es und lasse es immer wieder auftauchen, immer wieder auftauchen, immer wieder dieselben Kämpfe. Denklich Prediger. Nichts Neues. Es ist nichts Neues. Es ist kein Unterschied zwischen den Medien 1943, 1942 und den Medien jetzt. Und wenn du zu denen sagst, das sind Faschisten, es ist absolute einseitige Informationsreie. Alles, was offizielle Zeitungen und Fernseh- und Nachrichtensender sind, es ist im Hintergrund jetzt hat bewusst ausgedachtes Kapital. Das ist das todbringende Verbrechen. Es geht nur um Geld. Egal was Politik macht, egal was, es geht im Hintergrund nur Geld mit und Arbeitsplätze und Geld verdienen und Geld verdienen. Als Wort, ob der Sinn der göttlichen Schöpfung wäre, irgendwelche geistlose Affen zu erschaffen, die meinen, sie brauchen Geld zum Überleben und müssen möglichst viel Geld machen. Du musst doch keinen Umweltschutz betreiben. Was die Grünen machen, der Wahnsinn, die demonstrieren diese massiven Kriegs, Steiger und Corona-Beführworter. Dass dieses Grün, das Aufblühende, das Irak so schnell wieder verschwindet, wie es kommt. Das ist das, was ist, wenn du selber zum Denken anfängst. Es gibt nur eine Ewigkeit und die bist du selbst. Ewig. Ewig. Die Ehe des göttlichen Geistes. Das sind zuerst einmal mir zwei und dann unsere Gedanken werden sie immer, wenn du symmetrisch denkst, dieses Zentrum, mein Kamerobskurer Beispiel. Und da steckt so viel Physik dahinter und Quantenmechanik und auch hier zum Abschluss, dann lasse ich es gut sein. Du wirst von mir, jetzt was du interpretierst, ich kann in keinster Weise mich einmischen, was du aus meinen Worten magst. Ich werde dir aber sagen, sobald du meinst, ich sage was Böses oder es stimmt nicht, ich will dir erklären, dass es doch stimmt. So wie ich dir auch erkläre, dass egal welche Figur, welcher Antagonist in deinem Traum auftaucht, egal was der behauptet, selbstverständlich ist auch diese Information, die du zu sehen bekommst, ein kleines Passelstückchen vom heiligen Ganzen, das musst du nicht verändern und du musst den auch nicht davon überzeugen, dass er nicht recht hat. Ich sage, du bist einseitig und Einseitigkeit ist nicht Vollkommenheit und Vollkommenheit ist Heiligkeit und heiliges Denken erfordert allumfassende Liebe. Die rote Liebe hat nicht das Geringste zu tun mit selektiven Mögen. Das selektive Mögen ist zwangsläufig ein Gefängnis, wo du dich einschließt. Museen, Traditionen, Museer erhält Sachen, die man eigentlich schon längst abhaken sollte, als du schaut, verstanden, gelernt, Haken setzen, umblättern, wischern weg nenne ich das. Das, was vollkommen Neues in dir auftauchen kann, aber das Problem, wenn es vollkommen neu ist, widerspricht es deiner kleinen geistigen Logik. Wenn es wirklich neu ist, solange du was logisch siehst, fährst du immer noch auf der alten Logik. Und Holofeeling ist eine vollkommen neue Logik. Das ist der göttliche Logos. Am Anfang war das Wort. Das versuche ich von Selbstgespräch zu Selbstgespräch zu demonstrieren. Und jetzt kommt natürlich das Verrückte, dass du in deinem jetzigen Leben, sage ich noch mal, musst du das alles nicht wissen. Es reicht, wenn du weißt, was du bist und was deine Gedanken sind. Und das hast du dann verstanden, wenn du vor nichts und niemandem, was in dir auftaucht, Angst hast. Und wenn du dich über nichts und niemandem mehr aufregst. Das ist eine einseitige Aussage. Selbstverständlich darfst du dich über etwas aufregen, so wie ein Schauspieler auf der Bühne, der ärger spielt, aber sich selber nicht ärgert. Ja, die verfolgene Harmonie der Dinge. Das erfordert, dann bist du absoluter Acht. Dann bist du ein Achtesbewusstsein. Du musst dann deine Rolle ja nichts verändern. Ich sage oberfrechtlich, lass das laufen. Aber bleib ihm jetzt und wisse, eine feine Antenne, ich nenne das immer einen Holofeeling-Scanner, eine feine Antenne kriegen, was mache ich jetzt? Klatsche ich innerlich bei, verrehe ich mich über etwas auf? Und dem, dem das bewusst war, das reine Bewusstsein, dass du selbst bist, das wir sind, ist immer absolut in der Mitte. Es bleibt in der Mitte, es regt sich nicht auf, sondern es schaut Aufregung an. Das ist dieses Hochgehen und ganz zum Schluss mache ich nochmal diese Metapher, wir denken uns diese Stufen, ich kann jetzt das als Kinofilm nehmen, dann haben wir zuerst nochmal, was sich auf der Leinwand abspielt. Jetzt erweide ich das, dass ich sage, wir können dann die Order sein und dann ist so die Orderbühne da. Oder, wir haben das auf der Verabrede, den dreidimensionalen Raum vor uns. Das ist die unterste Stufe, das ist eine materielle Traumwelt, in der du jetzt entweder eine Figur auf der Leinwand oder eine Figur, eine Person auf der Theaterbühne oder mit der Verabrede einer Biss, der um sich herum andere hat. Das sind jetzt eigentliche Personen auf der Leinwand, du und deine Bilder, Verabrede oder auf der Theaterbühne in den Raum. Das ist die totale Welt der Illusion, das nennen wir das Designs. Jetzt sagen wir, wir sind in dem Kino oder in dem Theater, da sind Zuschauer. Wir sagen, fünf Mann diskutieren an einem Tisch und fünf Zuschauer sitzen drin, das sind die fünf intellektuellen Systeme, die sich den Film anschauen. Dann haben wir die fünf Perspektiven, das wenn die fünf Mann ein und dieselbe Situation komplett unterschiedlich bewerten. Das siehst du schon, wenn die fünf hier streiten, wer Recht hat, wird jeder der Zuschauer immer sich Recht geben und die anderen werden sagen, die haben nicht Recht. Denk einfach, die sitzen am Tisch, vier Mann machen wir, die um an der Tasse sitzen und streiten, ob der Henkel rechts oder links ist und jeder dieser vier, die im Zuschauerraum sitzen, wenn dem Recht geben, der sie zu sein glauben, auf der Bühne, was ich auf der 5. April lerne. Und jetzt brauchen wir den ganz, der schaut den Film an, das ist das, du träumst, du erlebst jetzt was am ständigen Wechsel von Informationen und jetzt musst du, das ist es wichtig, in den Kopf von dem Wertesystem, du musst dich selber beobachten, wie du wertest und wo du Beifall klatscht und wo du sympathisierst. Interessante Sympathie hast mit Leuten. Und jetzt merkst du, es tauscht sich schon wieder, weil du sympathisierst, wo du sympathisierst, klatscht du Beifall. Und das ist eigentlich hier die große Kunst, das jetzt, sich bewusst zu machen, dass ich bin schuld. Wer ist schuld? Ist die Frage nach, wer hat es gemacht? Ich sage immer, wer hat die GE Quadrat, wer hat die Geiste gemacht? Der jetzt erst einmal, der sich es ausdenkt. Du hättest die Freiheit, die andere Sachen zu denken. Aber du bist wie auf einen Zug, auf einen Gleis, der nur logisch ist. Und diese Logik werde ich in den Abgrund führen. Also du erweiterst die und du nutzt deine Freiheit. Du hättest die Freiheit, genau das Gegenteil von dem zu denken, was dir deine Logik zur Zeit aufzuhört. Das ist, wenn ich sage, dreh alles um 180 Grad und das ist jetzt gut, weil das führt uns zu 26, 33 haben wir im Moment. Das heißt, zwei, Jahwes, ich und du in ihrer Gedankenwelle an den Anfang des Gesprächs zurück mit dem Jesus und mit den Charles Manson. Und der Charles Manson, ich erwähne es nochmal, Pseudonym eines Künstlers Marilyn Manson, lehnt sich an an Marilyn Monroe und Charles Manson. Dann gibt dir mal nochmal Personal Jesus. Ein Lied. von Marilyn Manson und hörte genau den Text an, was der singt. Das war das, das war zum Abschluss, zum Sohn Tag. Bis jetzt bin ich neugierig. Ich weiß jetzt, jetzt hängt von deiner geistigen Reife ab, wie weit du schon Fahrersprache verstehst oder nicht, ist, wie dich dieses Gespräch interessiert. Ich weiß, ich denke mir jetzt, Geist, das fängt wohl gemerkt aus, die sind mit ihren Programmen so weit, dass das für die ein Hochgenuss war und da kriege ich mir welche, die haben schon nach ein paar Minuten abgeschaltet, weil sie gesagt haben, da komme ich nicht mit und dann sage ich, da bleibst halt noch da. Tschüss. Tschüss.